Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Nach 1950, 1952 und 1984 gewinnt der VfB Stuttgart zum viertel Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit David Berger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. Und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister! Herzlich Willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian! Schönen guten Abend, Ricky! Sebastian, Mensch, wir haben mal wieder gewonnen, klar, es war auch ein Heimspiel, aber was ich noch viel interessanter fand, Du saßt zum ersten Mal in dieser Saison auf der Haupttribünenseite. Da muss ich natürlich gleich nachfragen. Ja, also ich glaube, wenn man mal die paar Auftritte auf der Medientribüne außen vor lässt, saß ich glaube ich zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren auf der Haupttribüne. Und dann gleich Mitte, Mitte direkt, ja, also bei den Reichen und Schönen, muss man sagen. Also ob sie reich waren, kann ich jetzt nicht beurteilen, und die Schönheit, ja, war okay, also. Also ich saß jetzt nicht zwischen den Spielerfrauen oder so. Ja, die sitzen ja so ein bisschen rechts auf der Haupttribüne. Mehr Richtung Untertürkeimer, ne? Ja, Block 5, hab ich mir sagen lassen, ist da, also ja, der Platz für die Spielerfrauen. Außer natürlich für Ina Ogo, die externe Loge sich gemietet hat oder gesichert hat. Die saß natürlich auch Untertürkeimer. Gut, der Ogo war ja auch offizieller Sponsor vom VfB, ne? Da, sein DA-Logo wurde immer mit eingeblendet oben. Stimmt. In der durchlaufenden Geschichte, da, der war ja Sponsor. Das ist auch eine interessante Sache. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es natürlich zum einen um das tolle Montagabendspiel gegen Nürnberg und natürlich auch um die Mitgliederversammlung, die wir nachher noch thematisieren werden. Wir werden einen kleinen Ausblick wagen auf das Darmstadt-Spiel, das auch wieder an einem Montag stattfindet. Und wir müssen uns, beziehungsweise ich muss mich auch noch mal kurz, ja, äußern zur letzten Folge. Die Folge 83, die ja ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, weil ich, ja, Gerüchte verbreitet habe und dafür keine Belege vorweisen konnte. So möchte ich es jetzt mal umschreiben. Es ging darum, dass ich in einem Blog darüber gesprochen habe, warum Christian Riedmüller für mich jetzt nicht mehr so der geeignete Präsident für den VfB Stuttgart wäre. Da habe ich unter anderem einen Punkt aufgebracht, der, ja, Christian Riedmüller so ein bisschen mit Herrn Port in Verbindung brachte. Ich kann ja konkret werden. Ich habe gesagt, dass mir zugetragen wurde, dass der Herr Port und der Herr Riedmüller gut befreundet sind. Ja, das ist also ein Gerücht gewesen. Und dieses Gerücht wurde nicht nur mir zugetragen, sondern das wurde eigentlich, ich sag mal so, in diversen Telegram-Gruppen diskutiert und wurde auch dann, ja, beim Becherfand diskutiert. Also es war einfach Thema in der VfB-Fanszene. So, und deswegen habe ich dieses Thema aufgegriffen. Beispielhaft, ja, oder als Grund, warum Riedmüller für mich jetzt kein geeigneter Kandidat ist, weil es eben schon im Vorfeld diese Gerüchte gibt. So, und was ich natürlich auch dann versucht habe klarzustellen, ist, dass es sich hierbei nur um ein Gerücht handelt und ich nicht belegen kann, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und ich es auch eigentlich schade finde, dass der Herr Riedmüller mit solchen Gerüchten konfrontiert wird. Aber es ist halt einfach mal der Fakt da, dass der Herr Riedmüller irgendwie das Pech hat, sagen wir mal so, das ein oder andere Fettnäpfchen, ja, nicht zu umschiffen, sondern direkt reinzutreten. So, und warum auch immer diese Gerüchte jetzt dann plötzlich aufgepoppt sind, ja, das weiß ich auch nicht, aber sie sorgen halt trotzdem bei mir für ein gewisses Unbehagen. Wir werden nachher auch noch auf den Facebook-Post zu sprechen kommen und so weiter und so fort. Genau, aber jetzt muss man ja auch sagen, im Gegensatz zu diesem ominösen Facebook-Post scheint dieses Fettnäpfchen, nämlich eine Verbindung zu Port wirklich eins zu sein, was ihm irgendwie so in den Weg geschoben wurde, weil er da gar nichts für konnte. Also, das kann man jetzt ja auch so festhalten. Genau, ich wollte es einfach nur als Punkt anbringen, warum er für mich halt nicht so geeignet ist wie zum Beispiel Klaus Vogt dann. Und was ich da mit Sicherheit falsch gemacht habe, ist, dass ich den Herrn Riedmüller nicht direkt auf dieses Gerücht angesprochen habe, aber da möchte ich mich gleich so ein bisschen selber aus der Schlusslinie nehmen. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass es für uns jetzt als Podcaster, als Hobby-Podcaster wirklich was Neues ist, dass man einfach mal so einen Präsidentschaftskandidaten anrufen kann und nachfragen kann, ob an Gerücht XY etwas dran ist. Also, ich erinnere da an den März diesen Jahres, als ich einfach mal so lose angefragt habe, ob einer der diversen VfB-Podcaster nicht bei jeder VfB-Dialogveranstaltung einen festen Platz bekommen könnte. Da wurde ich, ich will nicht sagen ausgelacht, ich sage einfach mal freundlich angelacht, aber nicht unbedingt mit der Meldung, dass dieser von mir gewünschte Platz freigehalten wird. Also, dementsprechend war die Distanz relativ groß zwischen Hobby-Podcastern und VfB. Deswegen ist es jetzt auch eine neue Situation für uns, aber das wäre vielleicht der richtige Weg gewesen, beziehungsweise das wäre der richtige Weg gewesen. Ich hätte den Herrn Riedmüller anrufen müssen, fragen müssen, hey, es gibt dieses Gerücht, was sagst du dazu? Und dann hätte er sich äußern können, dann hätte ich seine Äußerungen hier mit anführen können. Das habe ich mit Sicherheit versäumt, daraus werde ich lernen und werde das mit Sicherheit beim nächsten Mal anders machen. Was ich auch falsch gemacht habe, das möchte ich auch einräumen, war die Geschichte mit Osiander. Ja, auch da muss man sagen, im Nachhinein hat das jetzt was mit seiner Kandidatur zu tun, ja oder nein. Und ich habe, das muss man vielleicht auch noch sagen, ich konnte mit Christian Riedmüller am Donnerstag oder Freitag etwas länger telefonieren. Und da hat er mir fast zu allen Punkten, die ich da aufgebracht habe, auch was gesagt. Und ja, ich würde mal sagen, diese Osiander-Nummer, das ist halt erstmal jetzt für mich schwierig zu bewerten. Du wirst immer Leute finden, die sind sehr zufrieden damit, wie die Übernahme oder sowas in der Art halt dann gelaufen ist. Du wirst Leute finden, die sind eher unzufrieden und fanden das nicht so toll, dass ihre Buchhandlung jetzt vielleicht dann den Namen Osiander trägt. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Das Thema würde ich nicht nochmal aufgreifen. Alle anderen Themen, wie zum Beispiel den Fokus auf Marketing und so, die Punkte würde ich halt wieder machen, die stören mich bis heute. Ich finde halt einfach, dass es momentan nicht so besonders wichtig ist, wie gut der Fanshop am Bahnhof in Stuttgart bestückt ist. Das sind jetzt nicht die Themen, die mich gerade interessieren. Mich interessieren gerade hauptsächlich die Themen, wie sich der VfB Stuttgart in den nächsten Jahren entwickelt, wie es ein neuer Präsident schafft, wieder Mitglieder, Fans und eben den Verein wieder zu vereinen. Ich möchte einfach wieder als Einheit auch außerhalb von Stuttgart wahrgenommen werden, weil viele machen sich ja wirklich dann auch über das, was beim VfB passiert, lustig. Also da hat man jetzt auch schon hinterlesen können, Chaos-Klub und Präsidentschaftswahlkampf endet im Fiasko, auch hinter dem Hintergrund, dass dieser komische Facebook-Post aufgeploppt ist. Ja, also das sind so die Punkte, die hätte man vielleicht ändern können, aber im Großen und Ganzen möchte ich ja auch nochmal ein Schlussstatement zu der ganzen Sache mitteilen. Und zwar, es ist halt so, wir sind wirklich einfach nur Hobby-Podcaster. Wir sind keine Journalisten, surprise, surprise. Ich denke mal, die meisten von euch werden das schon bemerkt haben. Wir haben auch nicht den Anspruch, hier ein journalistisches Produkt abzuliefern oder dergleichen. Wir machen es wirklich, weil uns der Verein am Herzen liegt und weil wir gerne über den VfB Stuttgart sprechen. Und man könnte natürlich auch sagen, hey, es gibt doch schon lokaljournalistische Podcasts, warum müssen da jetzt auch noch Fans drüber reden? Aus meiner Sicht reicht es halt einfach nicht, wenn es einen lokaljournalistischen Podcast gibt, weil da natürlich auch andere Interessen hinterstehen. Da gibt es natürlich Artikel, die verkauft werden müssen. Es braucht ein Grombacher VIP-Tickets, Gewinnspiel und so. Und das gibt es bei uns halt nicht. Also ihr habt bei uns niemanden, der uns irgendwie eine Meinung aufdiktiert, sondern wir sprechen über die Dinge, über die wir sprechen wollen und benennen die Dinge so, wie wir sie sehen. Und da sind mit Sicherheit auch manchmal Aussagen dabei, die sind totaler Quatsch. Aber manchmal sind vielleicht auch Aussagen dabei, die man, wie gesagt, in einem lokaljournalistischen Podcast nicht hören würde, weil die vielleicht damit rechnen müssen, dass einen Tag später plötzlich jemand aus der Mercedes-Straße anruft und damit droht, dass die neue, weiß ich nicht, E-Klassenwerbung für Mercedes-Benz dann nicht mehr im dazugehörigen Blatt erscheint, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Und bei uns wird auch nie ein Redakteur sitzen, der groß Stimmung macht gegen den Trainer, nachdem der zweimal verloren hat, weil er am nächsten Tag einen Artikel schreibt, den möglichst viele Leute klicken sollen. Das sind natürlich auch wieder nur Unterstellungen, aber trotzdem, ich sage nur, rein theoretisch ist es halt einfach bei einem lokaljournalistischen Podcast eher gegeben als hier bei uns. Und ich glaube, das ist auch unsere Stärke, dass uns im Endeffekt keiner was kann. Ja, also wir nehmen hier auf und sprechen darüber, oder sprechen über den VfB, so wie wir die aktuelle Situation sehen. Und natürlich können dann die Leute hier anrufen, aber deswegen werde ich auch in der Art und Weise, wie ich diesen Podcast betreibe, zusammen mit dem Sebastian nicht viel ändern. Wir versuchen natürlich trotzdem möglichst, also so gut es halt einfach geht, dann Quellen zu benennen, wenn wir das können und wenig auf Gerüchte einzugehen, sondern mit Fakten zu arbeiten. Ja, nur, wie gesagt, das nochmal abschließend. Es ging mir nicht darum, den Herrn Riedmüller hier irgendwie mit Gerüchten in Verbindung zu bringen, die jetzt vielleicht dann im Nachhinein nicht stimmen. Mir ging es einfach darum, ich wollte klar machen, Herr Riedmüller ist für mich ein Kandidat, der mich ein Stück weit an Michael Reschke erinnert. Sorry für den Vergleich, Herr Riedmüller. Nein, ich sage dir auch warum. Nicht inhaltlich, nicht inhaltlich. Aber als Herr Reschke hier aufschlug, hieß es auch, das ist jemand, der hat echt, also was Transfermarkt angeht, ist es einer der Besten und da könnte er froh sein, dass der bei uns ist. Alles, was ich gesehen habe von Herrn Reschke, war die Gabe, wirklich bei jedem öffentlichen Auftritt irgendein Zitat rauszuhauen, dass ihm nachträglich um die Ohren geflogen ist. Und so eine leichte Tendenz erkenne ich halt auch beim Herrn Riedmüller. Der wird halt angerufen, wird gefragt, Doppelspitze, wie sieht es aus? Ja, kann ich mir vorstellen. Zack, erstes Fettnäpfchen. Dann ging es weiter mit der Übernahme von Positionen. Wir brauchen es jetzt nicht mal aufwühlen, aber es gibt halt immer mal wieder so Aussagen, die ihm irgendwo dann wieder auf die Füße fallen. Und genau das brauche ich aktuell nicht, muss ich sagen. Ja, das ist natürlich einerseits wenig präsidial, da gebe ich dir recht. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie total liebenswert, wo man sagt, hey, das ist dann vielleicht doch einer von uns. Und wir kommen ja später noch auf diesen Facebook-Post, nach irgendwie so einem Desaster dann irgendwie einen wütenden Beitrag abzusetzen. Das könnte uns ja auch passieren. Ich meine, wir wollen jetzt nicht Präsident werden, aber das macht ihn ja doch so ein Stück volksnah. Also insofern... Damit habe ich kein Problem, Sebastian. Ich hoffe, dass er vielleicht doch irgendwie damit auch Sympathien sammelt. Aber was, glaube ich, wichtig ist, nochmal zu erwähnen, dass wir, wir sind halt nicht irgendwie Lager Vogt, noch nicht Lager Riedmüller, sondern uns ist es eigentlich erstmal egal, wer Präsident wird, weil egal wer es wird, er wird halt so viel besser sein als sein Vorgänger. Und das ist halt das Wichtige. Und wie jetzt dann entschieden wird, ist es uns eigentlich egal, Hauptsache es geht halt am Sonntag dann einigermaßen glatt über die Bühne mit der ganzen Geschichte. Der Facebook-Post ist übrigens noch nicht so sehr mein Problem. Mich störte dann, und wir werden nachher noch darüber sprechen, eher wieder der Umgang damit. Am Freitag wird noch die Aussage rausgehauen, ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, einen Tag später gebe ich zu. Das sind halt so Kleinigkeiten, finde ich jetzt nicht so gut. Dann sagst du halt gleich, wie es war. Ist ja nicht schlimm, weil wie gesagt, ich finde es wirklich kein großes Problem, dass einem sowas einfach aus der Emotion heraus mal passiert. Und offensichtlich gab es ja jemanden, der nur darauf gewartet hat, diesen Post endlich mal rauszuhauen. Auch hier nochmal. Das ist, ich meine, jetzt können wir es ja kurz noch aufarbeiten, weil wir reden hinterher drüber. Also mittlerweile dieser Post nach der Spukattacke von Santi Ascaciba hat ja mittlerweile vermutlich jeder gesehen. Und ja, das ist halt eine Art und Weise, in der sich im Netz viele Leute äußern. Also ich würde es, glaube ich, echt nicht machen. Auch nicht voll mit Adrenalin und nach irgendwie drei Bier während des Spiels. Aber der Tenor, den er da anstimmt, der ist natürlich nicht falsch. Dass man sagt, irgendwie einen Spieler, der seinen Gegenspieler anspuckt, möchte ich nicht beim VfB Stuttgart sehen. Die Aussage, die kann man ja so unterschreiben, gar keine Frage. Nur der Ton, der angeschlagen wurde, der war natürlich wenig präsidial und mehr so auf Facebook-Gruppen-Niveau irgendwie. Aber auch daraus irgendwie jetzt da eine großartige Geschichte zu machen, halte ich auch für übertrieben. Vor allem, das wurde im April geschrieben, als der Herr Riedmüller selber noch nicht wusste, dass er irgendwie mal als einer von zwei Kandidaten im Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart kandidieren wird. Und erstaunlicher war es dann halt echt viel mehr, dass jemand dann sofort davon einen Screenshot gemacht hat. Also als ob jemand nur drauf gewartet hätte. Ja, also wir werden nachher nochmal drauf eingehen. Aber im Großen und Ganzen war es das eigentlich zu diesem Thema. Vielleicht noch einen großen Dank an die Bild-Zeitung, die uns natürlich dann in einem Artikel sogar so, also nicht namentlich erwähnt hat, sondern meinte. Natürlich nicht namentlich erwähnt hat. Und auch noch falsch zitiert hat. In einem Podcast wurde ihm unter anderem eine große Nähe zu Aufsichtsratschef Wilfried Port nachgesagt, die Riedmüller aber dementiert. Da muss man natürlich auch sagen, also man kann sich diese Aussage, die 70 Sekunden lang war, wirklich stundenlang anhören. Immer wieder zurückspulen und sich neu anhören. Und zu keinem Zeitpunkt unterstelle ich ihm eine große Nähe zu Wilfried Port, sondern ich sage, es gibt dieses Gerücht, sie würden sich kennen. Und mich stört das, dass es diese Gerüchte über einen Präsidentschaftskandidaten des VfB Stückert gibt. Aber gut, sei es drum. Das Problem ist halt, dass die Bild halt über große Teile genauso journalistisch arbeitet wie wir. Und dann kommt halt sowas bei raus. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt als Kompliment verstehen soll oder wahrscheinlich eher nicht. Nee. Also ich hoffe, wir konnten damit alle einigermaßen zufriedenstellen. Und wir werden nachher nochmal auf die Präsidentschaftswahl zu sprechen kommen. Aber im Großen und Ganzen kann ich nochmal sagen, auch aus dem Telefonat, was ich mit Herrn Riedmüller geführt habe, kann ich das heraus für mich nochmal ziehen. Ich werde abwarten, wie die beiden Schlussreden laufen werden am Sonntag und mich dann entscheiden. Für mich ist es ein knappes Rennen. Ja, es gibt für mich schon so einen kleinen Favoriten. Das habe ich ja letzte Woche schon auf den Punkt gebracht, dass ich da den Herrn Vogt weiter vorne sehe aktuell. Aber das kann sich auch noch ändern. Genau, aber ich finde, das ist ja auch dein gutes Recht. Du könntest auch hier im Podcast sagen, ich wähle Klaus Vogt, weil er mehr Haare auf dem Kopf hat als sein Gegner. Das ist deine Meinung, die mag dann vielleicht total dämlich sein, aber es ist deine Meinung und du kannst die äußern. Und ich kann sagen, ich wähle Christian Riedmüller, weil der Klaus Vogt eine Brille trägt. Das ist auch kompletter Schwachsinn, aber ich bin der Meinung, wir dürfen das hier äußern. Aber natürlich ist dem nicht so, wir versuchen das schon irgendwie neutral zu halten. Vor allen Dingen, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir zwar dann irgendwie einen Favoriten haben. In deinem Fall, ich werde mich wirklich erst am Sonntag entscheiden. Und ja, ganz wichtig, also wir haben keine Agenda. Wir wollen nicht irgendwie jetzt da die Massen dazu bewegen, also die kleinen Massen, die uns hören, irgendwie einen von den beiden Kandidaten zu wählen. Nee, geht Sonntag hin, hört euch das an und dann wählt, wen ihr wollt. Und wenn wir das gewollt hätten, dann hätten wir vor drei Wochen den Facebook-Post veröffentlicht. Denn vor drei Wochen, Sebastian, haben wir den in den Händen gehalten sozusagen. Genau, wir hätten das bei der Sendung schon thematisieren können. Ja, und darum geht es uns halt nicht. Genau, man muss ja wirklich festhalten, dass wir natürlich mit der aktuellen Situation, mit dieser neuen Offenheit des VfBs auch so ein bisschen überfordert sind. Also man stellt sich vor, irgendwie, wir hätten im Mai oder im Juni darüber sprechen wollen, dass Wolfgang Dietrich eventuell monetär vom Abstieg des VfB gegen Union Berlin profitieren könnte. Und wir hätten die Möglichkeit gehabt, ihn kurz anzurufen und ihn darauf anzusprechen. Das ist ja völlig illusorisch gewesen, sowas. Und jetzt gibt es diese Möglichkeiten. Also beide Kandidaten geben sich nicht nur sehr kommunikativ und offen, sondern sind es auch. Also die sind greifbar. Und das gilt ja auch für andere im Verein. Also sei es jetzt die Kandidaten für einen Beirat oder fürs Präsidium. Also das ist ja schon so ein Paradigmenwechsel beim VfB, der hoffentlich auch weitergeht und nicht nur jetzt im Wahlkampf so ist. Und ja, also diese Distanz zwischen normalem Fan wie uns und den Verantwortlichen ist halt so klein wie noch nie. Und das ist natürlich auch sowas, mit dem man erstmal dann zurechtkommen muss und diese Chancen dann auch ergreifen muss. Aber das war, wie gesagt, vor ein paar Monaten ja noch undenkbar, irgendwie da Fragen stellen zu können im Vorfeld. Also ich hoffe, wir konnten, insbesondere ich, damit den einen oder anderen, der vielleicht etwas wütend war, ruhig stellen. Wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Also dann kann ich nur noch ein Ferien abzuschalten. Du kommst Zeit in deiner Reichweite, bitte bewusst. Ja, ich versuche es. Okay, dann kommen wir zum Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Am Montag fand das Ganze statt und ich muss sagen, ich freute mich schon sehr. Denn ich wusste, es wird wieder ein schönes Becherpfandtreffen geben, wie vor jedem Heimspiel des VfB Stuttgart. Das war auch wieder sehr angenehm. Ich freute mich auch auf einen leckeren Glühwein. Du hast ja letzte Woche in der Ausgabe schon gesagt, dass der Schwabensturm lecker Glühwein verkauft. Leider wurde es daraus nichts, weil der Glühwein, glaube ich, schon vor Anpfiff ausgekauft war. Das war ein bisschen zu nachhaltig. Genau, das muss man ja kurz auch sagen. Also der Schwabensturm hat, also offiziell hieß es Punsch. Ich weiß gar nicht, Punsch ist dann ohne Alkohol? Egal, habe ich immer wieder leckere Heißgetränke verkauft und ich glaube Schlüsselanhänger. Und der Erlös wurde gespendet. Und das Kommando Cannstatt hat Mützen und Handschuhe verkauft. Und das war auch eine ganz tolle Aktion. Weil da war das, ich glaube es wurde Patenaktion genannt und für jeden Artikel, der gekauft wurde, im Umlauf der Cannstatter Kurve, wurde der gleiche Artikel nochmal an Leute gespendet, die jetzt im Winter frieren und kein Geld haben, sich irgendwie Klamotten zu kaufen. Also beide große Ultragruppierungen mit ganz, ganz tollen Aktionen am Start. Und vom Kommando Cannstatt haben wir gehört, dass alles an Handschuhen und Mützen, was sie verkaufen konnten, wurde verkauft, also komplett leer gekauft, der Stand. Und beim Schwabensturm scheint es ja ähnlich gewesen zu sein, weil den Punsch, auf den wir uns so gefreut hatten in der Halbzeit, den gab es dann ja nicht mehr. Ja, also das muss ich schon sagen, das war im Endeffekt das erste Lowlight des Abends. Der Mund war ein 0 zu 1 vielleicht. Ja gut, aber damit hätten wir ja fast schon gerechnet. Wir sind es ja gewohnt, dass der VfB früh in Rückstand gerät und dann erstmal einfallslos vor sich herkickt. Ja, lass uns doch auf das Spiel zu sprechen kommen, Sebastian. Heute nicht ganz so ausführlich, weil uns schon bewusst ist, dass an einem Donnerstag, wenn ihr diese Folge hören werdet, ja das Interesse so ein bisschen abgenommen hat, was das letzte Spiel angeht. Und außerdem will man das Ganze natürlich bis zur Mitgliederversammlung durchgehört haben. Deswegen versuchen wir uns heute etwas kompakter zu halten. Ich hoffe, es gelingt uns. So, aber jetzt, wie gesagt, zum Spiel. Es war ein Sieg gegen eine Mannschaft, habe ich herausgesucht, die 2019 sage und schreibe nur viermal gewinnen konnte. 33 Spiele hatten Nürnberg absolviert und hat gerade mal vier gewonnen. Was will ich damit sagen? Das war zwar ein wichtiger Sieg und auch ein verdienter Sieg, aber gegen einen, ich würde mal sagen, sehr dankbaren Gegner. Also viel besser hätte die Mannschaft, die uns gegenüber stand, am Montag nicht spielen dürfen. Sonst wäre das, glaube ich, wieder in die Hose gegangen. Die zweitschlechteste Zweitliga-Abwehr, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, 14 Mal, nee, 14 Punkte nach Führung verspielt. Auch das hat Nürnberg geschafft. Das ist einmalig in der zweiten Liga. Das ist wirklich krass. Und auch was das Passspiel angeht, haben wir Historisches erlebt. Denn nach Wehen Wiesbaden hat Nürnberg es auch geschafft, nur 50 Prozent ihre Pässe an den Mann zu bringen. Also auch das ist Liga-Tiefstwert in der Saison. Ja, also kam es dir auch so vor, dass der Gegner uns ein bisschen geholfen hat, bei der Mission, sag ich mal, weiter im Amt zu halten, möchte ich fast schon sagen. Weil man hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn es heute schief geht an diesem Montag gegen Nürnberg, dann wird es eng für Walter. Ja, ich glaube, es war schon für ihn so ein kleines Endspiel. Und ich weiß nicht, ob Nürnberg uns geholfen hat, aber ich hatte zwischendurch schon das Gefühl, jetzt bei allem Respekt, dass sie halt echt nicht gut sind. Und man hat es ja auch so im Vorfeld ein bisschen mitbekommen, was die Nürnberger Fans sagen. Also ja, irgendwie eine Niederlage in Stuttgart ist schon okay, wenn es nicht ganz so hoch ausfällt. Oder naja, jetzt kommt ja Nürnberg als Aufbaugegner Nummer eins. Also ich glaube, die denken halt echt ähnlich wie wir. Wenn man sagt, jetzt kommt Nürnberg und der VfB ist Aufbaugegner Nummer eins, die gewinnen bei uns bestimmt. Aber wenn man bedenkt, dass die mit uns abgestiegen sind, letztes Jahr auch noch Bundesliga gespielt haben, dann ist das halt schon recht bedenklich, was die da so auf den Platz gebracht haben. Also die haben ja, glaube ich, nicht den Anspruch, wie der VfB sofort wieder aufzusteigen. Aber so alleine von der Qualität her war das schon bemerkenswert schlecht. Und ja, umso peinlicher war es eigentlich, sich dann nach zehn Minuten hinten zu liegen und auch zwei Drittel des Spiels in Rückstand zu liegen. Also für mich war es bislang die schwächste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, muss ich leider so sagen. Also da ging wirklich gar nichts bis auf das Tor. Wir können ja noch mal kurz ein paar Worte zur Aufstellung sagen, bevor wir dann auf das erste Tor zu sprechen kommen. Weil es gab ja schon zwei Überraschungen. Die eine war, dass Gregor Kobel trotz ausgeheiter Oberschenkelbrellung nur auf der Bank saß. Also da wurde ja im Nachhinein dann gesagt, okay, der Kobel, der war leicht angeschlagen. Aber ja, also ich habe es so vernommen, dass Kobel eigentlich fit war, hätte spielen können. Aber Tim Walter dann einfach Fabian Bredlow sozusagen das Goodie geben wollte, dass er gegen seinen Ex-Klub auflaufen darf. Genau, unwahrscheinlich, weil er weiß, dass der VfB mit Fabian Bredlow im Tor noch kein Spiel verloren hat. Ist das immer noch so? Ich glaube schon, ja. Also hat es jedenfalls mit Nürnberg nicht geändert. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Gegen Fürth wurde eingewechselt, da haben wir gewonnen. Dann nach Fürth ging es nach, boah, wenn wir das wüssten. Also ich weiß, wer war auf jeden Fall im Pokal im Tor, ne? Ja, ja, das haben wir gewonnen, die beiden Spiele. Jetzt weiß ich auswendig gerade nicht, gegen wen wir nach dem Fürth-Spiel gespielt haben. Aber das gucke ich jetzt einfach. Also so viel Zeit nehme ich mir dann schon raus. Genau, und ich wollte danach kurz erwähnen, das ist mir so, als ich dann gesehen habe, dass du die Personalie Breto und Kobel aufgeschrieben hast, einfach nochmal erwähnen, wie, trotz allem, wie glücklich ich bin, dass wir auf der Torwartposition so eine Ruhe haben. Also wir haben, weil es ist ja schon ein gewisses Risiko, du verkaufst Ziele, jetzt können wir über den Ziele sagen, was man möchte, aber es ist sicherlich kein Fliegenfänger. Und du holst dann zwei neue Torhüter mit Fabian Bredlow ein, der irgendwie noch so gar nicht in Erscheinung getreten ist und mit Gregor Kobel auch einen, der jetzt noch nicht jahrelang irgendwie Zweite Liga oder Bundesliga spielt. Und beide Personalien hätten sich ja als irgendwie so ein Tüton 2.0 herausstellen können. Also dass man sagt, irgendwie, okay, keiner von den beiden ist es irgendwie. Und jetzt haben wir wirklich zwei Keeper, die eine große Sicherheit ausstrahlen und mit denen ich total zufrieden bin. Und ja, und bei Kobel auch glücklich wäre, wenn er irgendwie beim VfB bleibt und nicht wieder zurück nach Hoffenheim geht. Aber das wollte ich nochmal so ganz persönlich erwähnen, dass ich mit den Torhütern total zufrieden bin. Also Bredlow hat tatsächlich nur zwei Bundesligaspiele absolviert, jetzt gegen Nürnberg und davor die Einwechslung gegen Greuther Fürth. Und beide Spiele haben wir gewonnen. DP-Pokal haben wir auch beide Spiele gewonnen. Also ist Fabian Bredlow unser Glücksbringer. Vielleicht ist das auch schon ein kleiner Hinweis auf das nächste Spiel dann gegen Darmstadt. Das sprechen wir nachher in der Stadtausstellung. Also das war eine Erinnerung. Dann war natürlich überraschend, dass Gonzalez nur auf der Bank saß. Damit, ich sage mal so, man konnte so ein Stück weit damit rechnen. Wir haben ja auch im Podcast schon darüber gesprochen, dass er so ein bisschen abbaut und die Leistungen nicht mehr zeigt, die er eigentlich zeigen müsste, um seinen Startplatz einfach behalten zu dürfen, zu rechtfertigen. Und er fand sich dann auf der Bank wieder. Mislintat sagte dazu, Nico hat gegen Nürnberg sicher die Konsequenz aus dem Sandhausenspiel bekommen, wo er nicht sehr glücklich agiert hat. Er muss sich ganz normal dem Konkurrenzkampf stellen. Wir sind vorne super aufgestellt. Ja, auch wieder klare Worte von Sven Mislintat, die sehr, sehr eindeutig sind. Sprich, wenn Gonzalez sich nicht den Arsch abreißt und denkt, er müsste hier den Showman spielen, weil er jetzt Nationalspieler ist von Argentinien, dann funktioniert das nicht beim VfB Stuttgart. Denn Leistung steht halt einfach dann auch über, weiß ich nicht, dem Erreichten. Ja, weil er hat ja schon eigentlich einen guten Spätsommer hinter sich. Aber in den letzten Wochen, ja, fand ich ihn auch nicht besonders gut. Nee, das kann man sagen halt negativ. Wir finden auch vorne im Sturm irgendwie keine dauerhafte, optimale Lösung. Andererseits finde ich es gut, dass es dann doch so durchlässig ist, weil Mario Gomez war vor ein paar Wochen noch Stürmer Nummer 4. Jetzt ist er Stürmer Nummer 1. Und ehemals Stürmer Nummer 1, Gonzalez, ist jetzt Stürmer Nummer 4. Weil, ja, Silas wurde eingewechselt, Al-Gadoui wurde eingewechselt und Gonzalez hat halt 90 Minuten auf der Bank. Und das ist ja auch so ein ganz klares Signal an ihn, dass es so halt dann nicht weitergeht. Und der Mannschwitz auch gewonnen hat. Und sowohl, ja, und Gomez auch getroffen hat. Und Silas auch getroffen hat. Okay, per Elfmeter, aber er hat getroffen. Ja, macht es dann für ihn natürlich auch nicht einfacher, wieder in die Startelf zu kommen. Da habe ich vielleicht nachher was vorbereitet. Denn ich habe mir diesmal Gedanken gemacht, was kann der VfB verändern, um in Zukunft etwas gefährlicher vorm gegnerischen Tor zu werden? Beziehungsweise mehr Dynamik in sein eigenes Spiel zu bekommen. Da komme ich nachher drauf zu sprechen, wenn wir... Willst du das wirklich hier so öffentlich sagen, oder willst du es irgendwie teuer an Tim Walter verkaufen? Das Ding ist, ich gehe davon aus, dass es die Mannschaft eh nicht umsetzen kann. Von daher kann ich es einfach so erzählen. Mache ich aber erst später. Kommen wir erst zum 0 zu 1 durch den Herrn Frey, der nach zehn Minuten getroffen hat. Und da konnte man eigentlich schon wieder all das sehen, was mich wahnsinnig macht in dieser Zweitliga-Saison bisher. Nämlich immer so eine gewisse Pomadigkeit, gerade im Defensivverhalten. Also du siehst Stenzel, der Handwerker überhaupt nicht unter Druck setzt. Der darf einfach mal so flanken. Die Flanke wird dann von Lohkemper weitergeleitet in Richtung Strafraumzentrum. Dort spitzelt Badstuber die Kugel dann gerade noch so vor Behrens aus dem Gefahrenbereich. Und dann muss man sich diese Szene vielleicht mehrfach anschauen. Aber man sieht, dass Castro für einen kurzen Augenblick Geist aus den Augen verliert. Und das führte dann dazu, dass Geist sich so zwei Meter lösen konnte. Und dann hast du halt die Situation, dass Geist und Castro fast zeitgleich zu diesem Abprall, also dem weggeschlagenen Ball von Badstuber kommen. Und Castro, den ich so hundert Prozent klären kann, Geist kriegt, glaube ich, den Schuh von Castro gegen den Kopf. Also das war alles ziemlich unglücklich, muss man ja selbst sagen. Der lag noch relativ lange da, ne? Ja, also ich glaube, diese Verletzungsunterbrechung mit Geist, die, meine ich, gab es dann in der zweiten Halbzeit, als das 2-1 fiel. Als er dann auch ausgewechselt werden musste. Oder lag er auch nach dem 0-1 schon länger? Ja, ja, er lag da. Habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich damit beschäftigt war. Also da lag ja relativ häufig jemand. Aber ich glaube, auch da lag Geist dann irgendwie 20 Meter vorm Tor. Und irgendwie, aber von ihm ging der Ball dann ja Richtung frei. Genau, Richtung frei. Und der zimmert das Ding dann rein. Aber das ist auch wieder so eine Situation, die kannst du super leicht, okay, die kannst du leicht verteidigen. Ich möchte auch den Sportskameraden Sosa mal mit hier ins Boot ziehen. Also wenn ich sehe, wie Borna Sosa da hinten verteidigt, also das ist ja Wahnsinn. Also wirklich, der läuft da wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch den Strafraum nach vorne, nach hinten. Der Gegenspieler ist eigentlich völlig egal. Der irrt da einfach wie so ein Blindgänger umher. Und das finde ich echt schwierig. Also wir haben das jetzt schon mehrfach gesehen von Borna Sosa, dass er im Defensivverhalten sich nicht immer glücklich anstellt. Aber diese Szene, also guckt sie euch bitte nochmal an, das ist nahezu absurd, wie es da abgeht. Genau, aber ich glaube, er hatte auch generell am Montag jetzt nicht seinen allerbesten Tag. Also auch da, wo er normalerweise glänzen kann, in der Offensive mit guten Flanken. Jetzt das Abseits-Tor von Gommens mal aus dem Vorgelassen war es auch nicht so berühmt. Also das war nicht sein Abend. Es war nicht sein Abend, aber das kostet uns halt ein Spiel unter Umständen. Klar, ich meine, du kannst nicht immer sagen, ja, es ist nicht sein Abend, ist nicht sein Abend. Also sie sollten halt irgendwie schon immer so die Leistung bringen, dass die Spieler halt keine Gegentore verschulden gegen den Gegner, der ihnen eigentlich in allen Belangen unterlegen ist. Also wenn ein Ball in den Strafraum fliegt, dann stehe ich oder dann stelle ich mich zu einem Mann und laufe nicht zu dem Ball, dann laufe ich wieder zurück. Der Gegenspieler frei in dem Fall bleibt halt einfach stehen. Also der macht halt nichts, außer stehen zu bleiben. Und Sosa rennt um den einfach die ganze Zeit drum rum. Und das verstehe ich nicht. Also das ist halt richtig schwach von ihm in dem Moment. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz keck, wenn Sosa vernünftig seinen Gegenspieler gedeckt hätte, wäre dieses Tor nicht gefallen. Und das kostet uns halt Punkte in dieser Saison. Und zwar relativ regelmäßig, solches Abwehrverhalten. Und ich hoffe, dass Borna Sosa da irgendwann mal die Kurve bekommt. Ansonsten wird es schwierig als Linksverteidiger. Also dann kannst du auch in Suha spielen lassen, der dann defensiv, ich traue es mir gar nicht zu sagen, sich dann manchmal sogar noch cleverer anstellt. Also es ist schon schwierig. Gut, es ging dann weiter. 18. Minute. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Geiss spielt einen wunderschönen Schnittstellenpass durch Badstuber und Philips hindurch. Und da haben wir wirklich Glück gehabt, dass der Low-Camper den Ball in die Hacken bekommen hat. Genau, der Ball war zu genau gespielt eigentlich. Warum nehme ich die Nummer hier mit rein? Weil auch hier wieder ein relativ leichter Fehler, ja einfach den Ursprung hatte für diese Chance. Endo, Santi und Castro gehen beide gleichzeitig auf Bären zu, der den Ball dann einfach nur so klatschen lassen muss auf Geiss. Und der steht dann völlig frei im Zentrum, in unserem Mittelfeldzentrum, wo wir eigentlich gut besetzt sind. Auch mit Spielern, die defensiv ihre Stärken haben. Also das sind auch wieder so Abstimmungsfehler, die mich extrem stören. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit Endo als Sechs, sage ich gleich schon vorweg. Aber hier wäre es natürlich gut, wenn du einen Sechser hast, der dann auch solche Kommandos geben kann und seine Jungs so ein bisschen dirigieren kann. Das fehlt vielleicht so ein bisschen mit Endo. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch einen Batschuber, der könnte das auch übernehmen. Also das ist auch wieder so eine Situation gewesen, gegen einen halbwegs vernünftig spielenden Gegner kriegst du hier halt das 2 zu 0 nach 18 Minuten. Und ich glaube, dann geht es richtig rund im Neckar-Stadion. Aber ja, wir haben Glück gehabt, dass Low-Camper nicht nur hier, sondern auch später nochmal die Chance nicht nutzen konnte. So, dann ging es wieder damit weiter, was wir eigentlich schon aus Sandhausen kennen, nämlich Tore, die wir erzielen und anschließend aufgrund diverser Fehlentscheidungen oder Abseitsstellungen zurückgepfiffen werden. In dem Fall war es so, dass Endo für den VfB getroffen hat. 28. Minute. Die Davi schlägt eine Ecke und die landet dann irgendwie bei Philips und Ned Philips versucht, den Ball in Richtung Tor zu köpfen, bekommt aber so richtig keinen Druck hinter dem Ball und Endo erkennt die Situation, springt in den Ball rein, lupft das Ding irgendwie so über Dornebusch drüber, sah eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Das Problem war halt nur, dass Mario Gomez zuvor den Herrn Behrens aus dem Weg geschubst hat und dadurch hat Philips den Platz bekommen, den er brauchte, um eben diesen Kopfball zu setzen. Deswegen, man kann das abpfeifen, die Frage ist halt, ob das eine klare Fehlentscheidung ist, wenn es der Schiedsrichter nicht abpfeift. Wenn es in der Situation abgepfiffen wird und du sagst, Stürmerfau, kein Thema, ist so. Aber dann da nochmal den Videobeweis zu bemühen halt, ich habe echt auch gar keinen Bock mehr drüber zu diskutieren. Ich eigentlich auch nicht, aber der Punkt ist halt jetzt hier, der Punkt für mich ist wirklich jetzt hier, es entsteht halt daraus die Situation, die dann zum Tor führt. Deswegen, für mich ist es keine klare Fehlentscheidung, das weiterlaufen zu lassen, aber die Konsequenz der Entscheidung des Schiedsrichters ist halt einfach das 1 zu 1. Deswegen ist es für mich schon wichtig, dass man nochmal drauf guckt. Aber ich finde es aus meiner Sicht jetzt falsch, den Schiedsrichter nochmal rauszuschicken. Sondern für mich wäre jetzt der richtige Lösungsweg gewesen, zu sagen, also als Videoschiedsrichter, entweder, ja, es war falsch, dann sage ich es ihm aufs Ohr und sage, nee, du musst das Tor annullieren. Wir haben dieses Foul erkannt, du kannst es dir zwar nochmal angucken, aber das ist eigentlich für uns ein klares Foul. Oder, ja, du lässt es halt weiterlaufen. Aber dieses, guck es dir nochmal an und gibst dem Schiedsrichter sozusagen den Hinweis, ja, also berührt ihn halt schon. Also denk nochmal drüber nach. Das ist falsch aus meiner Sicht. Das verunsichert, glaube ich, auch den Schiedsrichter. Du musst ja die Hierarchie da mal klären und die Zuständigkeiten klären. Und ich finde, warum soll nicht dann der Typ in Köln im Keller so eine Art Supervisor sein und dann sagen, hey, Schiedsrichter, du kannst das Tor nicht geben, wir hatten vorher einen Stürmerfoul. Es gibt Freistoß für Nürnberg. Und dann ist die Sache erledigt. Aber ihn dann nochmal rauszuschicken, weil so habe ich das Gefühl, die Schiedsrichter auf dem Platz beginnen immer mehr, die Verantwortung zum Videoschiedsrichter zu verlagern, indem sie gar nicht mehr pfeifen und sich sagen, naja, wenn es ein Foul war oder abseits, dann kriege ich schon was aufs Ohr. Und die in Köln sagen, ja, du war irgendwie nicht so ganz okay, guckst du nochmal an. Und da wird die Verantwortung hin und her geschoben. Und ich finde, in so einer Situation muss dann, ja, der Videoschiedsrichter sehr schnell sagen, kein Tor, vorher Stürmerfoul, Gomez hat Behrens gefoult, es gibt Freistoß Nürnberg. Und dann ist aus, dann gibt es auch keine Diskussion. Aber durch dieses ewige Warten, dann nochmal rauslaufen und wird geprüft und so, das funktioniert ja einfach nicht. Das haben wir ja auch jetzt wirklich am Montag wirklich ganz, ganz eindrucksvoll gesehen. Dreimal Videoschiedsrichter, dreimal, ja, nicht falsch oder sogar richtig entschieden, trotzdem das komplette Spiel kaputt gemacht. Und das fand ich sehr bedenklich. Es war übrigens auch interessant, als ich das Spiel mir nochmal später im Fernsehen angeschaut habe, also als Aufnahme. Und ich wusste natürlich schon, wie das Spiel ausgeht. Deswegen war ich nicht ganz so emotional bei der Sache, logischerweise. Aber trotzdem wirkt es natürlich vom TV alles nachvollziehbarer. Also du siehst halt die Bilder und kannst sagen, ja, okay, ich sehe den Punkt und das kann man abpfeifen. Okay, es kommt ja auch nicht so lang vor. Also die Entscheidungsfindung dauert nicht so lang, weil du natürlich immer wieder Zeitlupen eingeblendet bekommst und so. Das hilft dann. Aber im Stadion war es der absolute Stimmungskiller. Absolut. Also ich habe das noch nicht erlebt bei mir selber, dass ich so emotionslos ein Fußballspiel geschaut habe. Also gerade natürlich eins des VfB Stuttgart im Stadion. Es war mir wirklich zeitweise dann völlig egal, was da jetzt passiert. Also der Elfmeter, der gepfiffen wurde, der dann von Ziel aus verwandelt wurde, das war mir eigentlich fast wurscht, muss ich sagen. Also spätestens nach dem Abseits-Tor oder nicht Abseits-Tor von Mario Gomez in der 34. war ja klar, am Montagabend jubelt niemand mehr in diesem Stadion so ausgelassen und so unbedarft wie normalerweise. Weil man echt immer abwartet, kommt da noch was, wird es nochmal überprüft. Und auch dieses, dann der Elfmeter. Also ich glaube, außer Mario Gomez hat ja niemand gesehen, dass der Nürnberg das Spiel hat in den Ball. Falsch. Und Santi hat es gesehen. Hast du es auch gesehen? Nee, ich nicht. Aber weißt du, wer als erstes geschrien hat? Hand, Hand! Tim Walter. Das war der Erste, der Hand geschrien hat. Ja, Tim Walter. Könnte man über die Außenmikros hören, hat Hand, Hand geschrien. Denn Castro ist wie ein Begaster zum, darf man das überhaupt noch sagen, wie ein Verrückter zu einem Schiedsrichter, zu dem Schiedsrichter gerannt, während das Spiel noch lief und hat ihn schon darauf hingewiesen, hey, willst du es nie nochmal angucken? Das ist mir aufgefallen. Okay, na, wir haben es falsch gesehen. Weil ich dachte, zumindest auf den Rängen hat es, glaube ich, niemand gesehen. Und ich dachte auch, dass die Spieler das nicht wirklich gesehen haben. Andererseits haben natürlich den Nürnberger nicht wirklich gegen den Elfmeter dann protestiert. Also da spricht er eher dafür, dass es Hand war. Ja, für mich diese ganze Videoschießrichter-Geschichte ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, mit was ich das vergleichen würde. Im Endeffekt ist das wie, wenn du im Boxkampf guckst und siehst immer nur den Ten-Count. Also du siehst praktisch nie, wie ein Boxer zu Boden geht, sondern du siehst dann immer nur, wie der Ringrichter sozusagen den Boxer anzählt. Aber eigentlich geht es doch gar nicht um die Entscheidung, ob Tor oder nicht. Es geht auch um das Tor an sich. Aber du sitzt halt immer da, es fällt ein Tor, aber das kannst du überhaupt nicht mehr mit Emotionen belegen, weil die eigentliche Entscheidung erst danach fällt und total unemotional getroffen wird, nämlich anhand von irgendwelchen Linien, die möglicherweise stimmen, möglicherweise nicht, anhand von so grauen Entscheidungen, ist das jetzt ein Foul oder ist das jetzt ein Handspiel? Das ist eine Riesenkatastrophe für den Fußball. Und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie rückwärts gewandt bin und nicht mit der Zeit gehe oder sonst irgendwas. Ich finde die Ausführung so, ist einfach eine absolute Katastrophe. Und es geht etwas besser, ich habe das schon mal hier erwähnt, in der Premier League findet man Möglichkeiten, die Entscheidungen schneller zu treffen und auch mal was laufen zu lassen, was vielleicht eine Fehlentscheidung ist, aber jetzt nicht unbedingt eine krasse oder eine eindeutige Fehlentscheidung. Also ich kann mich da an das Spiel, was habe ich denn da geguckt? Achso genau, Manchester City gegen Manchester United. Da gab es auch mal einige Situationen im Strafraum, wo du in Deutschland mit Sicherheit nochmal drauf geguckt hättest. Auf jeden Fall hätte es da irgendwie VAR gegeben, drei Minuten Unterbrechung und danach hätte der VAR gesagt, nee, war kein Handspiel oder war kein Foul. Und das ist die Ausführung hier in Deutschland, die granatenmäßig schief läuft. Die wahrscheinlich typisch deutsch halt ist. Aber ich glaube auch, dass sich der VAR da wirklich ein ganz, ganz großes Stück zurücknehmen muss und wirklich da anfangen muss, klare Fehlentscheidungen zu berichtigen und nicht irgendwie jeden kleinen Scheißdreck. Also jetzt Vergleich Torlinientechnologie ist jetzt ein bisschen krumm der Vergleich, weil die ist halt wirklich schwarz-weiß, weil da gibt es den Faktor Zeit nicht, entweder der Ball ist drin oder er ist nicht drin. Aber jetzt am Samstag war das, Gladbach gegen Bayern. Und der Sommer holt einen Ball und ich glaube, dieser Ball ist zu 98 Prozent hinter der Linie. Aber die Torlinientechnologie hat man bisher gemerkt, die ist bisher 100 Prozent fehlerfrei. Und deswegen glaubt man auch, dass dieser Ball nicht zu 100 Prozent über der Linie war, sondern halt nur zu 98 Prozent. Da wird nicht drüber diskutiert. Aber der Videoschiedsrichter macht so viele Fehler, dass ständig drüber diskutiert wird. Ich glaube, wenn man nur noch wirklich solche Entscheidungen treffen würde, wo dann jeder sagt, das war richtig, das ist der Eingriff. Na klar, zwei Meter Abseits oder der checkt noch mit dem Ellenbogen weg, das muss man pfeifen. Aber es wird viel zu viel einfach mittlerweile durch den Videoschiedsrichter reglementiert. Und gegen Sandhausen hatten wir dreimal Videoschiedsrichter. Am Montag hatten wir wieder dreimal Videoschiedsrichter. Und das ist halt einfach zu viel. Dann geht es halt echt nur noch auf die Nerven. Und auch wenn die Entscheidungen dann nicht falsch waren, wie gesagt, hatte der Einsatz des Videoschiedsrichters auf jeden Fall das Stadionerlebnis am Montag nachhaltig getrübt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es am Fernseher war, ob es da dann genauso toll oder nicht toll war wie immer. Aber das Stadionerlebnis war total schräg. Und da hatte der Einsatz des Videoschiedsrichters einen großen, großen Anteil dran. Also diese Gerechtigkeitsdiskussion, die führe ich schon gar nicht mehr. Weil der Preis, den du dafür bezahlst, ist das, was den Fußball ausmacht, nämlich Emotionen. Genau, du tauscht Emotionen gegen Gerechtigkeit. Und dann würde ich sagen, hey, dann lass den Fußball ungerecht sein, aber lass uns unsere Emotionen. Das ist er ja nicht, Sebastian. Manchmal wirst du beschissen, manchmal halt nicht, manchmal hast du Glück. Das gleicht sich aus, aber dann vorzugaukeln, hey, wir haben jetzt ein Instrument, das Gerechtigkeit bringt und das dafür sorgt, dass keine Fehlentscheidungen mehr getroffen werden. Und dann stimmt das gar nicht. Das ist ja doppelt dämlich eigentlich. Das ist es ja noch nicht mal, dass der Fußball jetzt gerechter ist. Also man hat ja jetzt irgendwie so eine Statistik mal gelesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei 442 oder auf der Webseite von 442 gab es die Statistik, dass durch den VAR 95% der Entscheidungen richtig getroffen werden und ohne VAR waren es 80 bis 90%. Also wir reden jetzt hier von 15% Unterschied. Also das heißt, was ich hinaus will, das Spiel war ja vorher nicht ungerecht, wenn 80%, also im schlechtesten Fall 80% der getroffenen Entscheidungen richtig waren. Das sind natürlich immer noch 20, die vielleicht falsch waren, aber das ist für mich immer noch nicht besser komplett jetzt, dass ich sage, das ist einfach ungerecht. Wir werden ständig Fehler gemacht. Der Fehler ist für mich jetzt eben, dass du die Emotionen komplett aus dem Spiel nimmst. Wir greifen jetzt kurz den Schluss vor oder zum Schluss vor. Hast du gesehen, wie die Cannstatter Kurve die Mannschaft verabschiedet hat? Du kannst nur sagen, was du willst, aber das hatte nichts mit der Spielweise der Mannschaft zu tun, sondern weil einfach jeder gefrustet war von dieser ganzen VAR-Geschichte. Also das war dann eine ganz komische Verabschiedung der Mannschaft. Ja, die Verabschiedung der Kurve und des Teams, das war schon sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube im Englischen, also awkward, wird es irgendwie noch mehr treffen. Das war irgendwie, fand ich so, als ob sich zwei Menschen treffen und der eine will High Five geben und der andere normal die Hand geben. Also die kamen irgendwie nicht zusammen halt. Man dachte irgendwie, hey, das letzte Heimspiel des Jahres, 3-1 gewonnen und ja, die gehen auch mal hin und dann wird irgendwie, ich weiß nicht, normalerweise irgendwie 1893 gesungen und dann kam da irgendwie gar nichts und dann, das war total schräg. Und ich glaube, es war nicht der Leistung der Mannschaft geschuldet. Also vielleicht war es auch so ein Abbild des ganzen Jahres 2019, dass es irgendwie so ein bisschen seltsam war. Aber vor allen Dingen denke ich auch so, wie du sagst, es war ein extrem seltsames Spiel. Also Montagabend, 20, 30, 5 Grad, Nieselregen, dann liegst du zurück, dann dreimal VRR. Und ich fand es ja ein ganz, ganz seltsames Stadionerlebnis. Und ja, alles so kumulierte dann irgendwie in diesem Abschiedsritual von Kurve und Mannschaft, das auch irgendwie total schräg war. Ja, lief auch schief, so rum. Okay, also dann kommen wir nochmal kurz zurück zum Spiel. Also ab der 30. Minute war der VfB dann auch präsent auf dem Platz. So lange brauchte man irgendwie, um in dieses Spiel zu finden. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, in der 34. Minute gab es noch das Abseits-Tor von Mario Gomez. Das lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Es gab noch eine hervorragende Chance von dem Sportskameraden Förster, der also hier mal wieder unter Beweis gestellt hat, dass er einfach nicht der Torschütze vor dem Herren ist. Ascaciba flankt den Ball oder flankt einen Ball ins Strafraumzentrum und dann wirklich sehenswert von Castro weitergeleitet mit der Hacke auf Förster, der dann sechs Meter vor dem Tor, ja, also man muss fast schon sagen, Donnebusch anschießt. Also das war schon eine Kunst, den Ball nicht zu verwerten. Und ja, das zeigt natürlich auch wieder, wo das, oder eines der großen Probleme liegt aktuell, das ist halt einfach die Chancenverwertung. Also wenn du solche Chancen nicht machst, sorry für die Floskel, aber dann wird es halt gegen fast jeden Gegner schwer, außer gegen Nürnberg in dem Fall. Gut, zur Halbzeit gab es dann wichtige Änderungen. Zum einen musste Daniel Didavi weichen, den haben wir heute überhaupt nicht erwähnt, der statt nämlich in der Stadtelf und fand mehr oder weniger nicht statt, muss man sagen. Deswegen braucht man dazu auch nicht viel sagen. Die Frage, die man vielleicht jetzt in den Raum stellen kann, ist, ob Didavis Comeback zu früh forciert wurde, muss man fast schon sagen. Vielleicht wäre es gut gewesen, ihn nochmal eine Woche draußen zu lassen oder nur einzuwechseln. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass wir letzte Woche noch gesagt haben, hey Mann, wenn Didavi zurückkommt, dann kommt vielleicht nochmal so eine neue Komponente mit ins Spiel, die uns aktuell fehlt. Also ja, es lief jetzt nicht so gut. Klassisch verfährst du ja mit einem Spieler, der irgendwie lange verletzt war, ja doch anders und bringst ihn dann vielleicht nach 60 Minuten oder zur zweiten Halbzeit. Aber dass du ihn dann halt von Beginn an spielen lässt, obwohl du weißt, dass er ziemlich sicher keine 90 Minuten kicken kann, ist für mich so ein Zeichen, dass Tim Walter auch schon so ein bisschen im Survival-Modus war. Weil sonst hätte er dann wahrscheinlich später gebracht, weil wenn der VfB jetzt mit 6-Punkt-Tabellenführer wäre und hätte die letzten 3 Spiele gewonnen und 6 Spiele in Folge keins verloren, dann wäre Didavi sicherlich nicht in der Startelf gewesen. Und ja, war für mich schon so ein Zeichen, dass Tim Walter auch in ernster Lage erkannt hat und dachte dann, Didavi kann da irgendwie so der Game-Changer sein, aber das weiß ich nicht, ob es jetzt daran lag, dass er noch nicht komplett fit ist. Aber Fakt ist, er hat irgendwie dem Spiel wenig weiterhelfen können. Das war absolut Verzweiflungsmodus, wenn du mich fragst, denn das war die älteste Startelf unter Walter und das war aus meiner Sicht kein Zufall, sondern das war ganz bewusst so gewählt, weil er der Meinung ist, behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe dazu keine Quellen und kann es auch nicht belegen, aber der kann deine Reichweite. Das habe ich in dem Fall gemacht. Nee, dass er praktisch sich überlegt, okay, ich bringe jetzt hier die Jungs, die mit Druck umgehen könnten oder können sollten oder wie auch immer und lass die Jungen erstmal draußen und ja, jetzt will ich nicht sagen, dass es schief ging, aber es war jetzt nicht viel besser, als wenn du die jungen Spieler einfach einsetzt und denen eine Chance gibst. Ja, also das Spiel richtig zu bewerten, fällt mir extrem schwer, weil es am Ende positiv für den VfB ausgegangen ist und 3-1 liest sich auch gut, aber ich der Meinung bin, dass du gegen, ich würde mal sagen, 10, 12 andere Zweitligisten enorme Probleme bekommen hättest und am nächsten Montag werden wir auf einen Gegner treffen, der ähnlich spielen wird wie Nürnberg, nur mit Abwehr. Also das wird interessant, wie wir da dann zu Torchancen kommen und die vor allem dann auch nutzen. Also da mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, aber ja, nachher dazu mehr. Sosa und Castro tauschten auch noch die Position, das war auch ein interessanter Ansatz von Tim Walter, über den haben wir uns, glaube ich, auch schon mal zu Beginn der Saison unterhalten, ob Sosa nicht als linker Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann. Ich fand ihn dann etwas besser in der zweiten Halbzeit und vor allem war es... Und es waren alle ein bisschen besser, ne? Ja, es war vor allem gut, dass Castro dann hinten spielte und die Seite zubekommen hat. Das ist Sosa nicht immer gelungen. Und was auch gut war, dass er Förster ins Zentrum gezogen hat oder zentraler spielen lassen hat. Dadurch, dass die David draußen war, hat Förster nicht diese Position 1-1 übernommen, aber ist ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt. Das tat dem Spiel auch gut, muss man sagen. Genau, und auch Silas hat so für den nötigen Chaosfaktor in der Nürnberger Defensive gesorgt, also auch wenn das halt auch häufig etwas ungelenk ist und irgendwie 2-28 Haken zu viel sind, schafft er es doch durch seine Geschwindigkeit und durch seine unkonventionelle Spielweise da doch irgendwie die Defensive des Gegners irgendwie in Unordnung und in Panik zu versetzen. Das hat er hervorragend gemacht. Also zum ersten Mal ging da, ich glaube, seit dem Bochum-Spiel mal wieder so ein Ruck von Silas aus. Also gegen Hamburg im DFB-Pokal war es, glaube ich, auch so, dass man es gemerkt hat, dass er jetzt im Spiel ist. Aber das geilste Spiel von Silas war für mich bislang das Spiel gegen Bochum. Als er reingekommen ist und da gedacht, du hast gedacht, was geht denn hier ab? Wen haben die dir denn verpflichtet? Und dann stagnierte er zuletzt auch so ein Stück weit, muss man ehrlicherweise sagen. Vielleicht sucht er auch noch seine Rolle im Team. Was mir bei ihm so ein bisschen auffällt, der ist immer relativ reserviert. Also auch beim Jubel, du siehst den nicht so oft lachen. Vielleicht ist das so seine Art. Stuttgart, aber vielleicht fühlt er sich auch noch nicht so wohl in Stuttgart. Das ist schwer zu sagen. Also es wirkt noch nicht voll integriert, so möchte ich es mal sagen. Genau, aber das beste Gegenargument, ich meine, es steht 0 zu 1 gegen Nürnberg. Du kriegst einen Elfmeter und wer schießt ihn? Also wen hast du sonst noch auf dem Platz stehen? Also du hast, glaube ich, da auf dem Platz irgendwie wahrscheinlich sieben Leute, die eher eigentlich einen Elfer schießen sollten als Silas. Gut, er hat jetzt auch gegen St. Hausen getroffen. Aber also warum schießt er die Elfmeter? Ich finde das super, dass er es macht, vor allem weil er getroffen hat. Aber du hast ja wirklich viel Erfahrung auf dem Platz und viele Leute, die dann eher schießen könnten als er. Und dass er das auch darf und dann nicht irgendwie in einem Gommes kommt und sagt, Junge, gib mir den Ball. Das finde ich schon cool. Und das zeigt ja schon, dass er dann doch eigentlich sehr integriert sein muss, wenn man ihm diesen wichtigen Elfmeter schießen lässt. In Paris hat er auch immer die Elfmeter geschossen. Also er scheint einfach ein guter Elfmeterschütze zu sein. Und er war ja auch jetzt beide sehr souverän verwandelt. Ja, also fand ich auch. Es sah ganz gut aus, aber ich gebe dir natürlich recht. Aber trotzdem, er ist 19. Genau. Und ich finde schon auch beachtlich. Du hast halt irgendwie einen Gommes auf dem Platz und du hast einen Castro auf dem Platz. Also da geht es halt schon, ich weiß nicht, ob Bartschuber Elfmeterschießen mag. Aber du hast ja echt viele Leute auf dem Platz, die eigentlich eher sich dafür anbieten würden, so einen Elfer zu schießen und dass er die Verantwortung übernimmt. Und dass die Leute, seine Teamkameraden sagen, mach das, finde ich super. Holger würde den Elfmeter reinschreien. Beziehungsweise den Ball. Ja, klar. Logisch. Gut. Eine Minute später war dann Mario Gomez endlich mal glücklich als Torschütze. Und das Tor galt auch. 59. Minute. Hier muss ich wieder Endo mit anführen, der ein fantastisches Spiel gemacht hat, muss man sagen. Also das war für mich der beste Stuttgarter am Montag. Auf jeden Fall. Ja. Gewinnt ein Kopfballduell gegen Geist. Da kann man darüber streiten. War das faul eigentlich? War schon faul, oder? Nein, für mich nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die beiden nebeneinander stelle, hast du halt einen Geist, der glaube ich ein bisschen größer ist und auch eigentlich ein robuster Spieler ist. Und der Endo hat halt ein mega gutes Timing und auch eine Robustheit in seinem Kopfballduellen. Da musst du halt dann dagegen halten ein Stück weit. Ja, aber es ist so eine Szene, wenn dir jetzt halt irgendwie im Mittelkreis abgepfiffen wird, dann beschwerst du dich halt auch nicht. Nee, weil es halt unbedeutend ist. Aber für mich ist das, es ist für mich kein Faul, fertig. Also ich finde, das geht noch klar. Also Grenzbereich, okay, aber ich würde sagen, geht klar. Aber was man ansprechen muss, das war für mich eine vergleichbare Szene zu dem 1 zu 1. Und da fragt man sich natürlich jetzt auch, wie kann es sein, dass der Körperkontakt von Gomez als faul gewertet wird und ein ähnlicher Körperkontakt, natürlich jetzt beim Kopfballduell, aber trotzdem ähnlich hart, möchte ich mal sagen, der wird dann halt eben nicht als faul gewertet, beziehungsweise wird noch nicht mal überprüft. Gut, also das ist natürlich schon auch wieder völlig absurd, aber VR haben wir glaube ich. Ja, solange du es halt nicht mehr schaffst, in einer Partie die Entscheidung irgendwie vergleichbar zu halten. Genau, wir haben hier einen und denselben Schiedsrichter, einen und denselben Video-Schiedsrichter, also da habe ich wenig Verständnis für. Gut, 2-1. Aber Gomez, also wieder super, also die Chancen, die er jetzt aktuell bekommt, die macht er rein. Manchmal steht er im Abseits oder meistens steht er im Abseits, aber manchmal halt auch nicht, aber er hat jetzt irgendwie seinen Killer-Instinkt zurück, also wirklich sensationell abschlussstark. Gomez verendet da schön, das stimmt, da gebe ich dir recht, aber es war auch wieder enorm schwach verteidigt für Nürnberg. Ja, natürlich, der kann ja da stehen und dann kommt der Ball doch relativ überraschend dann doch noch durch. Der VfB gewinnt drei Kopfball-Duelle gegen die Nürnberger Innenverteidigung, das sind jetzt auch nicht die Kleinsten und dann hat Gomez den Ball und macht das Ding rein. Also du hast hier wirklich, du musst eins dieser Kopfball-Duelle gewinnen, wenn du jetzt Nürnberger Abwehrspieler bist. Irgendeiner muss da ein Kopfball-Duell gewinnen. Gegen wen war das? Gegen Endo haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, gegen Endo musst du jedes Kopfball-Duell eigentlich gewinnen, aber der springt dann auch so wahnsinnig hoch. Das ist einfach geiles Timing. Castro und ich glaube, Förster war auch noch beteiligt. Genau, also irgendeiner von den Nürnbergern muss da den Kopfball für sich gewinnen, für seine Mannschaft und wenn das nicht funktioniert, dann musst du halt einfach Gomez enger decken. Also das war halt ganz, ganz schwach verteidigt. Dennoch hätte Nürnberg die Möglichkeit gehabt, zurückzukommen. In der 67. Minute gab es wieder einen tollen Schnittstellenpass. Das ist etwas, da müssen wir dran arbeiten. Also das passiert zu häufig, dass wir Bälle zwischen Badstuber und in dem Fall Philips durchgespielt bekommen. Das kannst du, glaube ich, ein bisschen besser verteidigen. Aber sei es drum, es führte ja nicht zum Torerfolg. Trotzdem frei mit diesem Schnittstellenpass auf Low Camper. Und da passt halt keine Zuordnung. Stenzel war viel zu weit weg vom Geschehen. Philips orientiert sich aus meiner Sicht falsch. Oder zum falschen Mann, so ist es richtig. Und dann landet der Ball bei Low Camper und der kriegt das Ding im Tor nicht unter. Haben wir Glück gehabt. Ansonsten steht es hier 2 zu 2. Dann wird es auch nochmal interessant, weil dann beginnt es natürlich wieder im Kopf zu rattern. Aber ja, wir haben dann den Sack zugemacht. Fünf Minuten später Förster mit dem 3-1. Santi, der den Ball Petrak abläuft. Ich denke mal, so kann man das Ganze nennen. Das erinnerte mich so ein bisschen an den alten Santi, wie er da Petrak den Ball abgelaufen hat. Ja, aber er hat ja ein gutes Spiel gemacht am Montag. Also er hat die Förster-Chance in der ersten Halbzeit vorbereitet. Und ja, ich fand ihn auch generell relativ stark. Also viele Bälle wieder gewonnen, wie du sagst. Irgendwie so, was man aus der Bundesliga von ihm kannte. Ja, hat seine Sechser-Qualitäten dann auf dem linken Flügel so ein bisschen eingebracht. Und war dann auch oft zentral irgendwie unterwegs. Also hat mir ganz gut gefallen und hat ja auch offensiv ein paar konstruktive Beiträge leisten können. Ja, das 3-1 war eines der schönsten oder am schönsten herausgespielten Tore in der Saison. Santi, der den Ball... Genau, wobei das ja auch dann zu irgendwie 70 Prozent irgendwie auf Mario Gomez geht oder so. Weil die Ablage, die war schon stark. Ja, es war alles hervorragend gespielt. Also allein, dass Förster da, ich sag mal, richtig läuft. Ja, und Gomez den Ball dann super zurücklegt zu Förster. Also das war halt einfach grandios gemacht. Also das finde ich auch. Also das war ein tolles Tor. Muss man vielleicht auch wieder dazu sagen, fünf Nürnberger. Fünf Nürnberger werden hier von zwei Stuttgartern ausgespielt. Das ist natürlich auch so nicht immer möglich in der zweiten Liga. Also jo. Wie wertest du den Zeigefinger auf den Mund von Herrn Förster? Du hast ja schon auf Twitter geschrieben, dass man vielleicht nicht unbedingt das Publikum dazu auffordern sollte, jetzt mal Ruhe walten zu lassen, wenn man, wann war es, in der 38. Minute hundertprozentige Chancen vergibt. Ja, ich meine, da hat ja auch jemand geschrieben. Irgendwie Stuttgart ist der einzige oder der VfB ist der einzige Verein, wo Spieler dafür kritisiert werden, dass sie ein Tor schießen. Aber ja, ich meine, Förster hat jetzt gegen KSC getroffen. Er hat jetzt am Montag getroffen. Also das ist ja wunderbar, aber er trifft halt tatsächlich noch zu selten, weil diese Chance am Ende der ersten Halbzeit, die sollte er machen. Und ganz ehrlich, das 3 zu 1, toll, dass es er zielt hat, aber er kommt halt irgendwie sieben Meter vom Tor frei zum Abschluss. Das ganze Tor ist frei und er ballert halt echt komplett auf den Torwart und hat halt Glück, dass er die Beine halt so breit macht und dann ihn tunneln kann. Aber der Abschluss war halt eigentlich total schlecht. Völlig egal, weil am Ende zählt das Tor. Aber ich kann mir diesen Finger-auf-die-Lippen-Jubel nicht wirklich erklären. Aber jetzt haben wir dann González mit dem Finger-in-die-Ohren-Jubel und Förster mit dem Finger-auf-die-Lippen-Jubel. Weiß nicht, der nächste jubelt dann wahrscheinlich mit irgendwie Hände auf den Augen oder so. Keine Ahnung. Aber sie sollen mal alle so viele Tore schießen, dass sie ihren Signature-Jubel dann irgendwie entwickeln können. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Das denke ich auch. Vielleicht war es auch gar nicht so gemeint, dass das Publikum jetzt mal leise sein soll, sondern vielleicht fiel ihm nichts Besseres ein. Also wir wollen da nicht zu viel hineininterpretieren. Es gab noch eine hervorragende Chance in der Nachspielzeit für Silas. Castro hat das toll vorbereitet. Und ja, dann war halt er einfach wieder der Silas da, der keinen normalen ersten Kontakt hinbekommt, was an und für sich ja ganz cool ist. Aber in manchen Situationen dann doch falsch. Also ihm hätte ich da schon noch das zweite Tor gegönnt, weil es halt auch wirklich eine tolle Chance gewesen wäre. Und ich bin auch der Meinung, dass der VfB gerne noch was am Torverhältnis ändern darf. Also da gibt es noch einiges aufzuholen. Aber was mich da halt sowieso doch ein bisschen genervt hat, war, nach dem 3 zu 1 war das Spiel ja durch. Also du hast gewusst, der VfB gewinnt. Und was mir dann echt gefehlt hat, war so die Konsequenz und auch der Wille, noch Tore zu schießen. Einfach weiterzumachen. Noch das 4-1 zu machen, das 5-1. Also wie gesagt, diese Silas-Chance. Er kann ja direkt mit rechts abschließen. Und warum macht er noch irgendwie 58 Haken und verliert den Ball? Also aber warum spielen sie nicht einfach weiter und versuchen das letzte Heimspiel des Jahres 4-1, 5-1 zu gewinnen, um da halt wirklich dann mit breiter Brust rauszugehen und diesen Schwung halt mitzunehmen? Nee, dann führst du halt irgendwie 3-1 und dann lässt es auch irgendwie gut sein. Und hast irgendwie, ja weiß ich nicht, da fehlte mir echt so ein, der Wille einfach weitermachen zu wollen. Ich verstehe da deine Unzufriedenheit. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Mannschaft da einfach froh war, jetzt die drei Punkte einfach sicher eingefahren zu haben. Und die werden sich dann gedacht haben, komm, wir machen hinten den Laden dicht, beziehungsweise gucken, dass wir jetzt keine Chance mehr zulassen und nehmen halt die drei Punkte mit. Aber ich gebe dir natürlich recht, ich würde es auch cooler finden, wenn man weiterspielt und die Schwäche des Gegners ausnutzt. Aber ja, vielleicht mit den negativen Erlebnissen oder mit den Negativerlebnissen der letzten Wochen im Rücken, war das nicht die allerschlechteste Variante, die drei Punkte hier zu behalten. Weil eins ist auch klar, wenn es 2-3 fällt, ja, dann wird das Publikum unruhig, die Mannschaft mit Sicherheit auch. Und dann haben wir wieder eine ungemütliche Schlussphase. Ja, aber das 2-3 fällt, war ja doch relativ ausgeschlossen eigentlich. Eigentlich ja, ja. Also wie gesagt, ich bin ja beide. Wobei wir hätten eigentlich, da wir ja diesmal beide auf der Haupttribüne saßen, muss man vielleicht kurz erwähnen, haben wir uns in der Halbzeit getroffen, ja eigentlich um den Punsch vom Schwabensturm zu trinken, den es dann nicht mehr gab, den uns die Christiane irgendwie durch den Zaun reichen wollte, so ein Verräterpunsch quasi. Und da es keinen Punsch gab, konnten wir uns dann ausführlichst über das Spielgeschehen unterhalten und die erste Halbzeit analysieren. Und wir hätten es eigentlich aufnehmen sollen und irgendwie den Patreon-Spendern zur Verfügung stellen sollen. Weil ich glaube, wenn man uns gehört hätte, was wir in der Halbzeit gesagt haben, wird vermutlich niemand mehr diesen Podcast hören, weil wir den VfB eigentlich komplett abgeschrieben hatten. Wir haben schon beim Bruno Labbadia angerufen, ob er nicht Zeit hätte. Also es war eigentlich alles schon vorbereitet für die Amtsübernahme, aber dann kam es doch nochmal anders. Aber wir wollen das ja einfach in unserem Giftschrank lassen. Irgendwann holt mal jemand raus. Okay, so, jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir so langsam auf das Darmstadt-Spiel ein. Und ich haue jetzt ja einfach mal das raus, was ich mir überlegt habe, wie der VfB in Zukunft sich mehr Chancen erarbeiten kann. Du hast den Masterplan von der Tore. Was ich noch kurz sagen wollte, ich fand es relativ cool, wie der VfB dann nach dem 2-1, nach dem 3-1 die Sache runtergespielt hat. So mit viel Ballbesitz und viel Querspielen und den Gegner gar nicht an den Ball kommen lassen. Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, wir spielen bei einem 3-1 nach 70 Minuten oder nach 78 Minuten eigentlich genauso wie bei einem 0-0 nach zwei Minuten. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten ausdrücke. Ich habe halt das Gefühl, dass man momentan, also ich glaube nicht, dass das, was wir aktuell sehen, der Fußball ist, den Tim weiter spielen lassen möchte. Ich habe das Gefühl, dass entweder Tim weiter von sich aus sein System, ich würde mal sagen, angepasst hat oder es schon auch von wo auch immer, ob das jetzt von der sportlichen Führung ist oder aus der Mannschaft heraus die Idee gab, das Ganze wieder etwas konventioneller zu gestalten. So kommt es mir aktuell vor. Und das führt so ein bisschen dazu, dass du zwar eine Mannschaft hast auf dem Platz, die versucht, einen Plan umzusetzen, aber ja, eigentlich irgendwie doch gerne mal anders sich bewegen wollen würde. So möchte ich es mal ausdrücken. Also du hast ja lange nicht mehr diese Positionsverschiebungen, so wie in den ersten Spielen. Das wollte ich noch ansprechen. Aber siehst du, hast du am Montag irgendwas vom Walter-Ball gesehen? Null! Wir erinnern uns, wie gesagt, meine Referenz, das erste Heimspiel oder das erste Spiel gegen Hannover, da haben die Leute geraunt, wenn Gregor Kobel ständig ins Spiel eingebunden wurde und die Mittelstürmer des Gegners auf den Socken stehen hat und dann trotzdem die Bälle an den Mann gebracht hat. Wir haben uns vor der Saison Videos angeguckt, wo Mannschaften vermutlich das spielen, was Tim Walter gerne spielen lassen würde, mit riskanten Bällen im Aufbauspiel, bis dann einer frei war und dann wurde bis zum Tor durchkombiniert. Und was haben wir am Montag gesehen? Lange Bälle von Holger Badstuber auf Santi. Und das hat ja nichts mehr mit dem Fußball von Tim Walter zu tun. Und da frage ich mich halt echt, also wo ist denn jetzt das Konzept? Also hat Tim Walter einfach aufgegeben und sagt, ey, Hauptsache gewinnen und die individuelle Qualität des Kaders wird es irgendwie richten. Aber das, mit dem er halt angetreten ist, habe ich halt am Montag so gar nicht mehr gesehen. Und das macht mir halt schon so ein bisschen Sorge, auch für die Rückrunde. Also was spielen wir überhaupt? Also ich finde, er hat das System immer weiter angepasst an den Gegebenheiten. Also er hat jetzt gemerkt, okay, wir kriegen oder wir lassen zu viel zu. So ist es richtig. Und haben auch Glück, dass der Gegner nicht jede Chance nutzt. So war es ja zu Beginn der Saison. Also einfach zu viele Chancen für den Gegner, die der dann ungenutzt ließ. Und dann hat man das Ganze ein bisschen angepasst, hat weniger zugelassen. Leider Gottes haben die Gegner aber dann die Chancen genutzt. Deswegen gab es dann oft diese frühen Gegentreffer, denen wir dann hinterhergelaufen sind. Und im Spiel nach vorne habe ich, wie gesagt, dann schon gemerkt, dass Walter zwar so seine Idee hat, ja, gerade Stenzel, der dann oft ins Zentrum zieht, aber das macht er jetzt auch nicht mehr. Die Innenverteidiger oder einer der Innenverteidiger, der sich mit nach vorne einschaltet, das fehlt da auch so ein Stück weit. Vielleicht liegt es auch daran, dass es mit Karasor nicht so gut funktioniert hat. Und du dann nicht diesen Backup hast, den du dir erhofft hast mit Karasor. Ja, also das wirkt jetzt alles gerade so ein bisschen unrund. Und ich würde sagen, diese Winterpause, die muss jetzt genutzt werden, um dann weiter am System zu arbeiten. Weil ich glaube schon, dass die Idee, die Walter hat, interessant ist und auch umsetzbar ist. Ja, aber man muss es halt, denke ich mal, wirklich ständig üben. Und ich erinnere da an die Kieler, die gesagt haben, die brauchten fast ein komplettes Jahr, bis das richtig hingehauen wird. Ja, aber das ist halt die Frage. Also hat er in Stuttgart den Rückhalt, um an seinem System halt wirklich so lange zu feilen, bis es funktioniert? Oder verwässert das System immer aufgrund, weiß ich nicht, äußerer oder innerer Zwänge. Aber aktuell sehe ich halt einen VfB in der zweiten Liga, der jetzt Spiele wie gegen Nürnberg gewinnt, weil sie einfach elf bessere Spiele auf dem Platz haben. Aber so vom spielerischen Konzept, da sieht das doch mittlerweile genauso aus eigentlich wie unter Weinzüller oder Korkut. Also ich sehe da keine Einzigartigkeit mehr in dem Spiel. Obwohl man die herstellen könnte, und jetzt komme ich zu meiner Idee. Jetzt, jetzt auch noch. Ich hoffe, wie gesagt, dass es jetzt nicht völlig Bullshit ist. Wir hören ja vielleicht auch Leute zu, die deutlich mehr Ahnung vom Fußball haben als ich. Und die werden sich vielleicht kaputt lachen, wie auch immer. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Du hast aktuell einen Mario Gomez, der in guter Form ist. Deswegen würde ich den als Stürmer auf jeden Fall auflaufen lassen. Und als Kapitän. Sag ich mal so. Ach so, ich dachte jetzt gerade, da gibt es irgendwelche Änderungen, von denen ich nichts weiß. Das weiß man ja immer nicht so genau, was da hinter verschlossenen Türen alles so getuschelt wird. Aber sei es drum. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Aufstellung von Darmstadt nochmal aufrufen. Weil die brauche ich jetzt, um meine grandiose Idee hier richtig mitteilen zu können. Pass auf. So, genau. Damit ich die Namen richtig habe von den Abwehrspielern. Also, ich würde mit Gomez beginnen im Sturm. Und den dann immer so zwischen Domic und Höhn positionieren. Also, zwischen den beiden Innenverteidigern. Also, wichtig ist, dass er sich nicht freiwillig einem der beiden Innenverteidiger zuordnet. Sondern er muss halt an relativ viel in Bewegung sein, sodass er sich wirklich immer zwischen diesen beiden Innenverteidiger aufhält. Und die sind natürlich dann im Zentrum positioniert. Dementsprechend hast du zwei Innenverteidiger, die sich immer so ein bisschen um Mario Gomez kümmern müssen. Funktioniert nicht über 90 Minuten, aber in der einen oder anderen Situation wirst du die Situation haben, dass diese beiden Innenverteidiger sich eben um Gomez kümmern. Dann würde ich Silas spielen lassen, der als zweite Spitze aufläuft, aber sich eher, ich glaube, aus unserer Sicht rechts orientieren würde. Ich sehe Holland, das ist der Linksverteidiger, der Linksverteidiger, sorry, der Darmstädter, da als den langsameren Spieler an. Ich glaube, Hermann ist ein bisschen schneller, aber ich habe jetzt keine Laufdaten von den beiden. Das ist einfach nur so ein Gefühl, kann auch falsch sein. Also, ich gehe mal davon aus, dass Tim Walter genau weiß, wie schnell Hermann ist und wie schnell Holland ist. Also, das sind die beiden Außenverteidiger von Darmstadt. Und ich würde dann Silas zu dem Verteidiger schicken, der halt eben langsamer ist. So, mein Gott, ich muss mir das jetzt mal kurz hier aufmalen, sonst blicke ich selber nicht mehr durch. Hast du eine Taktik-Tafel bei dir zu Hause? Ich habe einen karierten Block, aber wenn ich das jetzt hier so aus dem Kopf rausmachen muss, das merke ich gerade, funktioniert überhaupt nicht. Also, die zwei Innenverteidiger haben wir besprochen, die schmale ich jetzt mal hier hin, Gommes in der Mitte. Silas orientiert sich dann eher auf den linken Verteidiger, zieht den so ein bisschen raus, dann hast du praktisch einen Zwischenraum zwischen Innenverteidigung und diesem Linksverteidiger. Kannst du mir soweit folgen? Weil die beiden Innenverteidiger orientieren sich Richtung Gommes. Ja, ja, ja. Und Silas muss halt wirklich raus auf seine Seite, rechts raus. Der soll nicht zentrumnah spielen, sondern wirklich rechts draußen. So, der zieht damit, wie gesagt, den Linksverteidiger, der Darmstädter, raus. Und du hast so einen Zwischenraum zwischen Innenverteidigung und Linksverteidigung. Jetzt hast du drei passstarke Spieler bei uns im Mittelfeld. Die Davi, Castro und Endo. Vorausgesetzt, Castro spielt im zentralen Mittelfeld. Wenn er da nicht spielt, dann hast du immer noch Endo und die Davi. So, jetzt kannst du praktisch versuchen, eine Spielsituation einzuleiten, indem du, Castro hat einen Ball, gehen wir mal von der Situation aus, im rechten Mittelfeld hat Castro den Ball, spielt den Ball auf Gommes, ja. Der muss den natürlich dann klatschen lassen, sprich Gommes spielt ja zwischen den beiden Innenverteidiger und lässt den klatschen auf die Davi. Und die Davi spielt dann entweder raus zu Silas, ja, oder, weil der hat ja den Zwischenraum, legt den Ball, ja, als Steckpass sozusagen, Castro oder Endo in den Lauf. Kann man das ungefähr nachvollziehen? Was jetzt passiert ist, oder überhaupt nicht? Ja, ich glaube, ich bin auch dabei. Ja, wahrscheinlich. Aber Castro spielt bei dir wo? Ja, das ist jetzt halt die Frage, wie Tim Walter das Ganze löst. Also, du kannst Castro natürlich als rechten Mittelfeldspieler auflaufen lassen, ist ja kein Problem für ihn. Oder du kannst Castro von mir aus auch als linken Mittelfeldspieler auflaufen lassen oder als Linksverteidiger. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Ich persönlich würde in dem Fall aber Castro auf rechts stellen. Das heißt, du tauscht, ähm, Castro und ... Ich würde dann wahrscheinlich Santi oder Förster draußen lassen, wobei Förster hat das Tor gemacht, dann eher Santi. Ja, vorausgesetzt, die Davi spielt. Ja, das ist natürlich dann das Ding. Förster sehe ich halt nicht so als Mega-Passspieler. Der ist jetzt auch nicht schlecht, aber ich sehe da halt Endo, der enorm gute Pässe spielt. Das ist für mich eigentlich so der Spieler, den ich da am ehesten mit einbinden würde, der dann auch, äh, ja, auch so Situationen einleiten kann. Der, äh, praktisch mit einem guten Pass auf Gomez, der dann immer diese Klatschpässe spielen muss, auf die Davi halt ablegen kann. Und was ich ja machen will, ist, mit Silas reißt du praktisch das Loch auf zwischen Innenverteidigung und Außenverteidigung. Weil der schnell ist und du musst bei Silas am Mann bleiben. Also den kannst du nicht irgendwie nur im Raum verteidigen, sondern du musst halt gucken, dass der nicht sofort weg ist. Sondern, ähm, du versuchst halt dann mit diesem Spieler dieses Loch zu reißen. Das wird nicht immer funktionieren, aber es kann funktionieren. Und dadurch, dass Silas so schnell ist, kann der sich natürlich auch schneller von seinem Gegenspieler, von dem Außenverteidiger dann lösen. Weil er natürlich dann auch darauf eingestellt wäre, dass diese Bälle von Endo zum Beispiel dann gespielt werden in diese Schnittstelle. Und dann hast du halt ganz oft Situationen, die vielleicht vom Winkel her schwierig zu lösen sind. Aber du hast, äh, ja, Situationen, oder hast eine Situation geschaffen, du bist hinter der Abwehr und kannst auch einen Rückraum legen. Und hast dann da, weiß ich nicht, nachrückende Spieler, wen auch immer. Und über links kannst du halt dann mit Zosa auch noch auf Flanken setzen. Also das wäre dann auch nur eine Option und macht dich vielleicht nicht ganz so ausrechenbar. Über rechts kannst du auch weiter flanken, weil du hast ja in meinem Fall Castro mit im Spiel, der kann auch mal eine Flanke schlagen. Also so kommt so ein bisschen mehr Varianz ins Spiel, habe ich mir halt überlegt. Weil momentan ist halt alles enorm ausrechenbar. Also es passiert halt nie irgendwie was Überraschendes bei uns im Spiel. Das Problem ist ja, du hast wirklich im Kader Spieler, die ja in der Regel besser sind als die Spieler des Gegners. Aber ich bin der Meinung, du setzt sie halt echt noch nicht so ein, wie es sein müsste. Also wenn Mario Gomez jetzt wieder gut knipst, dann braucht er halt wirklich Zuspiele. Und die kommen halt echt noch zu selten. Also gegen Sandhausen hast du drei gehabt, das war super. Jetzt gegen Nürnberg war es irgendwie auch eigentlich schon wieder zu wenig. Und dann muss man sich halt auch fragen, ob das Mittelfeld dann nicht zu defensiv besetzt ist halt. Also wir haben ja auf der Bank noch welche, aber natürlich hat ein Klement auch noch nicht das gezeigt, was er kann. Und da ist die Frage, also wie kriegen wir zum Beispiel einen Klement dann wieder in die Spur? Und da muss man vielleicht wirklich mit Klement und die Davy spielen. Also ich glaube, du musst einfach so ein bisschen mutiger spielen im Mittelfeld. Und du brauchst halt im Sturm halt definitiv jemanden, der wirklich diesen unbedingten Willen hat, Tore zu erzielen. Und da ist für mich Mario Gomez halt echt der Einzige. Weil Nicolas Gonzalez ist kein Knipser, Silas ist kein Knipser und Al-Gadoui ist manchmal ein Knipser. Aber irgendwie fehlt einfach so diese Kompromisslosigkeit beim Torabschluss. Ja, absolut. Da stimme ich dir absolut zu. Also das fehlt uns so ein Stück weit. Und mit meiner Idee habe ich jetzt einfach nur versucht, was zu kreieren, was auch ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel bringt. Weil das sieht ja fürchterlich aus zeitweise, wie wir aktuell Fußball spielen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass du so etwas mehr Geschwindigkeit ins Spiel bekommst. Und natürlich wird nicht jeder Pass dann in die Schnittstelle gehen und wird auch nicht immer ankommen. Aber ja, du hast halt einfach nochmal eine neue Variation mit im Angriff. Und der Gegner muss sich darauf einstellen. Also das würde mir halt gefallen, wenn wir mal irgendwas Neues sehen würden. Also mir fehlt da so ein bisschen die Zündung. Ja, ich glaube auch, da musst du irgendwie was Neues präsentieren. Weil auch dort weiß man ja genau, wie der VfB gespielt hat. Und wenn man das in Sandhausen schon entschlüsselt hat, dann wird man es auch in Darmstadt entschlüsselt haben. Und wenn du da dann genauso antrittst, wie bisher, dann wird das wieder ein ganz, ganz zähes Spiel. Also dann gucken wir mal auf die Darmstädter. Aktuell 13.19 Punkte, 17 zu 22 Tore. Das ist auch nicht so ruhmreich. Wenn ich das richtig sehe, haben sie erst viermal gewonnen in der Saison. Genau gegen Kiel, St. Pauli, Aue und gegen Hannover. Ja, sonst entweder unentschieden oder verloren. Na gut, die Kiel und Aue konnten wir nicht gewinnen. Ja, stimmt, aber das lag auch so ein bisschen am VAR, muss man sagen. Ich erinnere da nur an die Gonzales-Situation, aber sei es drum. Schwächste Offensive der Liga zusammen mit Dresden, nur 17 erzielte Tore. Also da weiß ich nicht, ob wir uns zurücklehnen können, aber ist jetzt vielleicht nicht davon auszugehen, dass die uns aus dem Stadion schießen. Hoffentlich geht das jetzt nicht schief. Der Marcel Heller eigentlich immer noch? Der spielt immer noch, aber ist mehr oder weniger, ja, also vielleicht sage ich nachher noch was dazu. Die sind halt sehr heimstark, da müssen wir aufpassen. Unter Gramotzes haben die bislang erst ein Spiel zu Hause am Böllenfalltor verloren. Also das war jetzt am 15. Spieltag gegen Bielefeld mit 1 zu 3. Ansonsten seit Ende Februar ist, glaube ich, Gramotzes Trainer, wenn ich mich nicht ganz täusche, in Darmstadt. Und ja, der hat nie ein Spiel zu Hause verloren. Bis auf das letzte gegen Bielefeld, ja, das ist schon eine Ansage. Ja, und was können wir da so erwarten? Darmstadt wird, denke ich, mal versuchen, solide zu verteidigen. Das können sie auch und wird dann, oder die werden dann mit langen Bällen nach vorne operieren. Und ja, ich gehe davon aus, dass ich die VfB-Defensive auf den ein oder anderen Distanzschuss von Kempe einstellen darf. Das ist so, ja, jemand, der aus dem Rückraum mit guten Schüssen auf sich aufmerksam gemacht hat in den letzten Spielen, auch hervorragende Freistöße schießt. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also, vielleicht nicht unbedingt zentral vor dem eigenen Tor dann, ja, unnötige Fouls begehen, weil Kempe einer ist, der hervorragende Freistöße schießt. Zwei Tore bislang erzielt, zwei Assists, zehn Einsätze, davon fünfmal eingewechselt. Also, der hat einen schwierigen Saisonstart gehabt, so möchte ich das mal umschreiben und hat jetzt seinen Platz in der Mannschaft gefunden. Heller hast du vorhin schon angesprochen. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist natürlich nicht mehr der Heller, den wir damals in der Bundesliga gesehen haben, der ja bei Darmstadt gerade zu Beginn der Bundesligasaison wirklich mit tollen Läufen auf sich aufmerksam gemacht hat. Da kommt nicht mehr so viel, muss man ehrlicherweise sagen. Gut, gut, gut. Das finde ich gut. Ein Tor hat er bislang erzielt. Ansonsten war nicht allzu viel zu sehen von ihm. Auch Mehlem, der ja beim VfB in der Sommerpause mal zur Debatte stand. Stimmt, ja. Ja, ich will nicht sagen, dass er enttäuschte bislang, aber ich glaube, der hat sich auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Nur eine Vorlage und, ja, weiß nicht, es funktioniert nicht so richtig. Kempe ist auch nicht die erste Wahl, muss man sagen. Also, das ist auch jemand, der, glaube ich, jetzt nicht als der Spieler auf dem Zettel stand bei Gramozis, der jetzt die Saison oder die Hinrunde rettet ein Stück weit. Aber es war fast so. Also, tue ich mich auch ein bisschen schwer damit. Aber insgesamt ist das trotzdem eine solide Mannschaft. Also, man soll jetzt hier nicht den Fehler machen und denken, die hauen wir einfach mal so weg. Ich glaube, nachdem wir in Sandhausen verloren haben, sollten wir den Fehler überhaupt gar nicht mehr machen. Dass wir denken, irgendwo auswärts hauen wir irgendjemanden weg und dann noch an einem trüben Dezemberabend unter Flutlicht in Darmstadt. Ja, das wird immer interessant, das stimmt schon. Aber, wie gesagt, für mich ist der Kempe auf jeden Fall der Spieler, auf den müssen wir aufpassen. Der sollte nicht allzu zur Entfaltung kommen. Dorsund ist natürlich auch so ein schlitzohriger Stürmer, der Spieler mit den meisten Treffern in Darmstadt fünf Tore bislang gemacht hat. Das ist einfach auch so ein ungemütlicher Gegenspieler für unsere Innenverteidigung. Das ist ein gutes Matchup für Holger Badstuber, oder? Ja, aber das ist so ein Spieler, da würde ich jetzt fast schon zehn Euro draufsetzen, dass der auf jeden Fall trifft nächste Woche. Da würde ich wirklich fast schon Geld draufsetzen, weil das ist so jemand, der halt dann auch diese blöden Fehler, die uns immer wieder unterlaufen, auch zu nutzen weiß. Also, ja, der zögert da nicht lange. Ich weiß nicht, bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, der wird seine Bude machen. Ja, aber der, so wie er aussieht und irgendwie 1,90 groß, der scheint ja auch nicht so super beweglich zu sein, denke ich mal. Also, das ist, glaube ich, schon ein schöner Gegner für Holger Badstuber. Der Holger wird es richten, du hast absolut recht. Ja, allgemein sind sie in der Defensive auch nicht so hart in den Zweikämpfen. Es fehlt so ein bisschen die Körperlichkeit, aber da wird es schon mehr kommen als zum Beispiel von den Nürnbergern jetzt zuletzt. Ja, sonst fällt mir da nicht mehr allzu viel ein zu den Darmstädtern. Die haben für mich nicht die große Schwäche, die ich jetzt ausgemacht habe. Also, das ist eigentlich eine Mannschaft, die vielleicht dadurch am ehesten ins Hintertreffen gerät, weil sie relativ alt ist und dementsprechend langsam. Das ist so für mich, wenn es eine große Schwäche gibt, die größte Schwäche bei den Darmstädtern. Es fehlt so ein bisschen die Dynamik, das Tempo, aber sie haben viel Erfahrung in der Mannschaft und genau das könnte uns natürlich auch Probleme stellen, weil sie wissen halt auch, solange es 0-0 steht, wird der VfB oder hat der VfB den Druck einfach, weil wir müssen da gewinnen. Und sie werden halt auf ihre Chancen lauern. Genau, und sie gehen wahrscheinlich auch gerne mit einem 0-0 aus dem Spiel wieder raus. Insofern müssen sie ja keine Initiative zeigen und das wird, glaube ich, echt ein Geduldsspiel werden. Wir sollten halt nicht in Rückstand geraten, weil das kann Darmstadt ganz gut. Wenn Darmstadt führt, ist es wirklich enorm schwer für den Gegner zurückzukommen. Also die verteidigen eine Führung sehr leidenschaftlich, das ist echt eine Mammutaufgabe. Deswegen möglichst nicht in Rückstand geraten, aufpassen auf die Räume hinter der Abwehr, weil das bespielt Darmstadt auch ganz gut. Also sie haben einfach so ein gutes Timing. Also es gelingt denen, das sind dann schon so Spieler wie Mehlem zum Beispiel, denen gelingt es halt schon dann immer mal wieder die Räume hinter der Abwehr zu bespielen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir da nicht allzu deppig uns anstellen. Ansonsten glaube ich schon, dass man hier drei Punkte aus Darmstadt mitnehmen kann. Also wird nicht leicht, aber ich möchte jetzt hier auch keine Angst machen vor Darmstadt. Ich glaube, von der Qualität sind die, wie gesagt, ein Stück weit besser als Nürnberg, aber jetzt auch nicht viel stärker. Mit allem Respekt, den ich vor Darmstadt habe, sage ich das jetzt hier. Gut, dann kommen wir zum Startelf-Tipp, Sebastian. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt diesmal ausgeht. Also letzte Woche war es so, dass ich endlich mal wieder eine Runde für mich entscheiden konnte. Ja, neun Tipps richtig, neun von elf. Wenn man sich überlegt, dass die Bredlo-Kobel-Situation erst ganz kurzfristig entstanden ist, also dann war das natürlich fast richtig, muss man sagen, fast alle Tipps richtig gehabt, aber dann doch nur neun. Du, sieben Tipps, das ist natürlich schon sehr schlecht. Gleich mal zwei Punkte auf mich verloren. Aber ich kann ja jetzt nachlegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt muss ich mal kurz meine Aufstellung aufrufen. Hast du dich denn schon für einen Torhüter entschieden? Ja, der Bredlo-Mythos ist natürlich ein Pfund, aber ich glaube, dass Gregor Kobel wieder komplett fit ist und dann auch wieder als Nummer eins ins Rennen geht gegen Darmstadt. Also ich habe mich für Bredlo jetzt entschieden. Ah, okay. Ja, weil ich mal, ich habe es ja auch, glaube ich, nach dem Sandhausen-Spiel schon gesagt, ich finde den Kobel gut, gar keine Frage. Aber er hat hier und da immer mal so kleinere Patzer drin, die vielleicht auch eine Abwehr verunsichern können. Und Bredlo macht das sehr solide, finde ich. Hat bislang eigentlich noch kein schlechtes Spiel abgeliefert für den VfB. Also warum nicht Bredlo einfach mal zwei Spiele geben? Bredlo ist fix beim VfB, während Kobel eigentlich wieder zurück muss nach der Saison. Ja, beziehungsweise er kann sich dann entscheiden, ob er... Ja, klar, aber okay. Nee, also ich sage, Kobel spielt wieder. Okay, dann kommen wir zur Verteidigung. Da laufe ich mit Stenzel auf der rechten Seite auf, wenig verwunderlich, Bartschöber-Phillips in der Innenverteidigung und links mit Gonzalo Castro. Nee, ich sehe links Sosa. Der kriegt auf jeden Fall nochmal eine Chance. Der ist jetzt gerade wieder aus seiner Verletzung so richtig raus. Der braucht ein bisschen, um ins Laufen zu kommen. Ich nehme die gleiche Viererkette wie gegen Nürnberg. Also das heißt, Castro ist bei dir raus. Oder spielt er im Mittelfeld? Ah, ich muss mal gucken. Okay, ich kann nämlich sagen, Sosa ist bei mir nicht raus, denn der spielt im Mittelfeld. Ich spiele nämlich mit Endo, Didavi, Förster und Sosa im Mittelfeld. Also es fliegen bei mir raus Santi und... Nee, sonst niemand mehr. Santi. Ich habe gerade überlegt, aber Castro rutscht ja einfach nur nach hinten in die Abwehr. Aber ich würde sagen, Didavi wird wieder beginnen und Förster hat sein Tor gemacht. Deswegen spielt er Endo auf sechs gesetzt und Sosa dann linkes Mittelfeld. Ja, also Endo ist auf jeden Fall gesetzt, also auch gegen Nürnberg wieder richtig stark. Ja gut, Santi muss immer spielen, der muss dann leider wieder auf links ausweichen. Und rechts lasse ich Gonzalo Castro spielen. Aha, und keinen Förster, da spielt er auf der 10? Nee, also ich habe jetzt auch die taktische Aufstellung vom Kicker vom letzten Spiel und da gab es quasi gar keine 10. Und so würde ich auch spielen, glaube ich. Du würdest wieder aufs Angelotti-System setzen. Ja, das sieht eigentlich aus wie ein Tannenbaum. Ich sehe es nicht vor mir. Das sind so Viererkette und dann ist es halt mehr ein Sechser und Mittelstürmer und links und rechts jeweils zwei. Ah, dann 4-1-4-1. Ja, so. Nee, aber die vier spielen auch nicht auf einer Höhe. Ich kann es schlecht beschreiben. Okay. Das ist mehr ein 4-1-2-2-1. Dann fehlen bei dir trotzdem noch drei Spieler. Ja, natürlich. Also Gomez muss spielen, der ist spitze. Ja. Und um Gomez herum, jetzt pass auf, lasse ich als Satelliten rotieren, um möglichst viel Unordnung in die Defensive von Darmstadt zu bringen, Gonzales und Silas. Gonzales und Silas, okay. Ich hab's nicht. Das ist, glaube ich, völliger Quatsch, aber... Nö, wieso? Das ist gar... Also du kannst den Silas auf der linken Seite spielen lassen, ja? Und Gonzales auf der rechten Seite. Das funktioniert, oder theoretisch funktioniert das schon. Ja, also warum nicht? Man kann so schön spielen. Ich denke, wenn wir mit Castro, Endo und Santi halt drei Defensive im Mittelfeld haben, warum sollen wir dann nicht davor drei sehr offensive spielen lassen? Also ich bin der Meinung, wir spielen halt ja doch immer noch relativ im Mittelfeld mit relativ vielen Defensivkräften und relativ wenig Kreativkräften. Und vielleicht muss man einfach ein bisschen mutiger an die Sache rangehen. Aber du würdest Förster dann draußen lassen? Ja. Okay. Kann ich nachvollziehen, weil Förster... Nein, der hat in den letzten zwei Heimspielen getroffen, aber... Ja, also ich denke, du kannst ihn auch mal draußen lassen. Wir hatten es ja auch am Montag kurz davon. Der kommt von Sandhausen und macht dann irgendwie jedes Spiel. Und für sitzen dann halt Mangalas und Gonzales draußen. Und also ich denke, du darfst auch den Förster mal wieder auf die Bank setzen. Jetzt nicht, dass er schlecht gespielt hätte. Aber ja, dann ändert man mal das System und dann sitzt halt auch mal auf der Bank. Also bei mir wären Silas und Gomez im Sturm. Ich habe ja vorhin erklärt, warum. Gomez wäre für mich halt wirklich dann so der Zentrumstürmer. Und Silas wäre halt der Spieler, der so ein bisschen auch die Räume aufreißen soll. Und natürlich dann, wenn die Tiefe da ist, mit seinen tollen Dribblings für Gefahr sorgen soll. Das wäre meine Idee. Und ich weiß, ich habe vorhin gesagt, Castro und die Davi und so, die sollen dann die Pässe spielen. Denn man kann es natürlich dann auch mit Endo und die Davi lösen, ohne dass du Castro mit einbeziehst. Weil ich ja jetzt Förster und Sosa ins Mittelfeld gestellt habe. Sosa, der dann eher flanken würde. Förster, der kann natürlich auch einen guten Pass spielen. Ist ja jetzt nicht so, dass der nicht wüsste, wie man einen Pass spielt. Aber du brauchst halt sehr passsichere Spieler für die Idee, die ich da jetzt vorhin vorgetragen habe. Damit das funktioniert. Übrigens werde ich nachher auf Twitter, wenn sich jemand das angucken will, einfach mal meine Zeichnung posten. Damit sich jeder darunter vorstellen kann. Oder was darunter vorstellen kann, von dem ich vorhin gesprochen habe. So, gut. Das ist unsere Stadtelfaufstellung. Also ich merke schon, so langsam wirkt das wirklich eine Medienheit bei mir. Weil das muss ich ganz kurz sagen. Ja, es ist soweit. Ich habe jetzt dann auch Männerschnupfen. Okay, oje. Ja, es ist die absolute Hölle. Also, ich weiß nicht, so muss ich das anfühlen, wenn Frauen Kinder kriegen. Es ist wirklich grauenhaft. Aber ich kämpfe mich durch. So ist es halt normal. Gut. Jetzt müssen wir, es steht noch die Mitgliederversammlung am Sonntag real an und wir müssen noch drüber sprechen. Das wird noch ein Themenblock, du. Aber wir halten uns ja ran und wir können ja auch schon mal anteasern. Wir werden am Sonntag nach der Mitgliederversammlung mit dem mobilen Aufnahmegerät auch eine kurze Aufnahme machen, habe ich mir überlegt. Also, Sebastian, wenn du nichts dagegen hast. Die ersten Eindrücke. Auf jeden Fall, klar. So, dann gibt es da auch noch mal was zu hören. Und die nächste STR-Folge gibt es dann am Dienstag nach dem Spiel gegen Darmstadt. Und dann wird es noch mal eine geben nach dem Spiel gegen Hannover. Und dann ist erst mal Winterpause. Winterpause. Ja, ja, ja. Also, das muss ich jetzt irgendwie schaffen mit diesem unglaublichen Schnupfen. Und dann gehe ich, glaube ich, auch direkt in die Reha. Also, viel ist ja noch nicht mehr drin. Gut. Kommen wir zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag. Ich glaube, um 13 Uhr geht es los. Genau, 11.30 Uhr ist, glaube ich, wird die Schleierhalle geöffnet, habe ich irgendwo gesehen. Ja, genau. 11.30 Uhr. 11.30 Uhr, ja. Ich bin da. Ich hoffe, du auch. Natürlich, ich muss ja mit dem Aufnahmegerät, ist es ganz wichtig. Okay. Ja, dann gucken wir mal, ob sich im Wahlkampf noch ein bisschen was getan hat. Oh ja, ich sehe, da hat sich was getan. Und zwar, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es gab diesen Leak eines Facebook-Posts von Christian Riedmüller aus dem April 2019. 2019, nach dem Leverkusen-Spiel als Kassiber bespuckt Kai Havertz. Ihr werdet euch noch erinnern können. Und ja, dann hat sich Christian Riedmüller zu folgendem Post hinreißen lassen. Wenn der VfB etwas Eier hätte, würde der kleine Giftswerk rausfliegen. Solche fiesen, miesen, kleinen Stinker haben wir nicht nötig. Hau ab, egal wohin, Hauptsache weit weg. Kurze Zeit später hat er den Post wieder gelöscht. Man muss jetzt dazu sagen, der Post hat schon ein krasses Geschmäckle für meine, meiner Ansicht nach, weil der Screenshot offensichtlich von einem Administrator der VfB-Seite gemacht wurde. Da gibt es so ein paar Indizien, die darauf hinweisen, ohne dass ich das jetzt belegen kann. Aber es gibt so ein paar Indizien, die man kennt, wenn man selber eine Facebook-Seite betreibt. Aber war das ein Kommentar auf der VfB-Seite? Ja, es war unter einem VfB-Post. Und du konntest Daten in diesem Post, wie zum Beispiel die Uhrzeit lesen, die du eigentlich nicht als normaler User, also wenn du jetzt ganz normal auf diesen Post gehst, lesen kannst. Also deswegen gehe ich davon aus, dass hier vielleicht jemand am Werk war, der dem VfB dann doch relativ nahe steht oder stand. Das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr ganz genau, wie da die aktuellen Arbeitsverhältnisse so sind. Aber gut, der Post wurde geleakt. Es wurde viel dazu gesagt. Christian Riedmüller äußerte sich folgendermaßen am Freitag. Irgendwer will mich aus dem Spiel haben. Nachdem ich vor Monaten meine Bewerbung für das Amt des Präsidenten beim VfB Stuttgart abgegeben habe, habe ich diesen der Hoffnung getan, in einem fairen Wahlkampf bestehen zu können und meine Kräfte voll für den VfB Stuttgart einsetzen zu können. Je näher ich diesem Ziel allerdings komme, umso stärker wird über die Presse und soziale Netzwerke versucht, mir zu schaden. Durch Gerüchte, durch die falsche Wiedergabe von Dingen, die ich gesagt haben soll, durch Fehler, die ich gemacht habe oder durch Aussagen, die ich in der Vergangenheit getätigt habe. Offenbar will man verhindern, dass ich Präsident des VfB Stuttgart werde. Ich habe inzwischen klare Erkenntnisse darüber, woher diese Angriffe kommen. Ich gehe fest davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere Attacken kommen werden und ich bin gespannt, wie kreativ diese sein werden. Soweit das erste Statement von Christian Riedmüller. Bevor ich das zweite vorlese, Sebastian, also jetzt bremst mich, wenn ich es falsch sehe. Der Herr Riedmüller spricht hier davon, dass er das Gefühl hat, man möchte ihm bewusst schaden und versucht da irgendwelche Dinge rauszugraben und die gegen ihn einzusetzen. Aber gepostet hat er es selber und diese Aussage zum Beispiel vor dem Mitgliederausschuss, die stammt ja auch von ihm und nicht von irgendjemand anderem. Also ich sehe es halt so, wenn jemand versuchen würde, gezielt ihm hier irgendwas unterzujubeln, dann wären es halt so Gerüchte wie das mit Port oder so. Das würde ich jetzt verstehen, wenn man dann sagt, okay, hier versucht mir jemand irgendwas unterzuschieben, aber in dem Fall waren es halt einfach Dinge, die er ja selber so verantworten hat letzten Endes. Deswegen verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie er die Aussage meint. Einerseits muss er natürlich zu sein, Aussagen und Postings muss er stehen, wenn er die getätigt hat, dann ist das so und dann muss er halt sagen, hey, sorry, ich habe das Spiel anguckt und war halt maximal angepisst und habe zwei Bier getrunken, habe ich es halt irgendwie geschrieben und gleich wieder gelöscht, da hätte ich irgendwie vollstes Verständnis für. Aber dass natürlich dann irgendjemand und vielleicht sogar ein Administrator davon einen Screenshot macht, um sich das mal so auf Verdacht irgendwie in den Giftschrank zu legen, um es irgendwann dann mal mit perfektem Timing an die Presse dann durchzustechen, das hat natürlich dann auch ein ganz anderes Geschmäckle. Also dann versucht er wirklich jemand aus einer Äußerung, die sicherlich grenzwertig ist, weil ich finde, er hat ihn ja nicht beleidigt. Also wenn man sich jetzt mal dieses Facebook-Posting nochmal genau durchliest, da wird von Stinker gesprochen und kann weg und kann woanders hingehen und so weiter, aber es fallen keine Kraftausdrücke, es ist halt nicht irgendwie derbe beleidigend und so weiter. Jetzt kann man sagen, okay, ein Präsident sollte sich nicht so gegenüber seinen Spielern äußern, aber er war halt einfach nur ein normaler Fan, als er es gepostet hat und das ist dann glaube ich wirklich so im Ermessen jedes Einzelnen, wie kritisch und wie unflätig er sich gegenüber seines Lieblingsteams irgendwie äußern wollen wird. Also ich würde sowas auch nicht schreiben gegen einzelne Spieler, aber ich habe jetzt auch kein Problem, wenn jemand so etwas schreibt. Also das kann dann mal passieren, aber wie gesagt, dass jemand halt sofort einen Screenshot macht und diesen Screenshot dann auch ein halbes Jahr später oder über ein halbes Jahr später dann sofort parat hat und den dann, wie man ja gehört hat, an mehrere Zeitungsredaktionen schickt, das spricht für mich schon dafür, dass es da irgendjemand gibt, der eine Agenda hat und die Agenda heißt, Christian Riedmüller soll nicht Präsident des VfB Stuttgart werden. Ja, das kann man mit Sicherheit so sehen. Ich finde noch eine Aussage von Christian Riedmüller interessant, die möchte ich auch noch kurz vorlesen, die stammt glaube ich auch noch vom Freitag. Da meinte er, ich lasse mich nicht von meinem Ziel abbringen, VfB-Präsident werden zu wollen. Zum einen, weil ich täglich mehr der Meinung bin, dass der VfB tiefe Veränderungen braucht statt Lippenbekenntnisse und PR-Floskeln. Ist das auch ein kleines Statement in Richtung Klaus Vogt oder auf was bezieht er sich, wenn er von Lippenbekenntnissen und PR-Floskeln spricht? Ja, das kann schon sein, dass das so eine kleine Stichelei gegenüber seinem Gegner ums Amt ist, aber das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Also der Wahlkampf verlieferlich sehr, sehr sauber und auch, dass sich jetzt beide Kandidaten und der Vereinsbeirat zusammengetan haben, um in einem gemeinsamen Statement halt für einen sauberen Wahlkampf zu werben bis zum Sonntag, finde ich auch gut und dass es da so ein paar kleine Spitzen gibt und so weiter, das gehört ja dazu und jeder Kandidat muss ja auch gucken, wo er seine Stärken hat und Christian Riedmüller kann ja auch sein Fettnäpfchen ausflügen, vielleicht auch eine Stärke machen, dass er sagt, hey, ich sag die Sachen so, wie sie sind und wenn mir was nicht passt, dann spreche ich es an und vielleicht ist dann irgendwie der Ton auch nicht immer richtig, aber ich bin halt niemand für weichgespülte PR-Statements, was dann ja manche wiederum dann Klaus Vogt so ein bisschen vorwerfen, dass halt immer genau das sagt, was die Leute halt hören wollen und ja, also ich finde das alles ist noch alles komplett im Rahmen. Ja, finde ich auch, also schlimm finde ich es nicht. Ich fand es halt interessant, dass in diesem Statement zuerst davon gesprochen wurde, dass es klare Erkenntnisse darüber gibt, aus welcher Richtung die Angriffe kommen und kurze Zeit später in diesem Statement fällt der Satz, der VfB braucht tiefe Veränderungen und nicht nur Lippenbekenntnisse und PR-Floskeln. Also, da kann man ja schon einen Zusammenhang herstellen, wenn man möchte, ja, weiß nicht, ob der gewollt ist oder eben nicht, aber fand ich halt schon interessant. Aber ich glaube, er hatte, glaube ich, in diesem gemeinsamen Statement auch nochmal klar gesagt, dass er nicht glaubt, dass es irgendwie von Klaus Vogt initiiert ist, diese ganze Kampagne da gegen ihn. Also, ich denke, irgendwer betreibt eine Kampagne gegen ihn, das scheint schon so zu sein, aber ich glaube halt auch nicht, dass das Klaus Vogt oder irgendjemand ist, der ihm nahe steht. Also, am Freitag gab es dann noch kein klares Statement sozusagen zu diesem Facebook-Post. Er wollte noch nicht zugeben, dass er diesen Post abgesetzt hat, aber am Samstag folgte dann, ja, ihm das Statement dazu und er meinte, in den vergangenen Wochen habe ich mich im Rahmen meiner Kandidatur zum Präsidenten des VfB Stuttgart immer wieder für Transparenz und ein klares Bekenntnis zu Fehlern und dem Willen zur Verbesserung ausgesprochen. Das sind Maßstäbe, die ich nicht nur an andere, sondern vor allem auch an mich selbst anlege. Fehler machen, lernen, Dinge verbessern, das sind Prinzipien von mir. Zu dem Facebook-Kommentar nach der Spuckattacke auf einen Gegenspieler durch Aska Siva im April dieses Jahres muss ich deshalb ganz klar und unmissverständlich einräumen. Ja, ich habe diesen Kommentar damals in der emotionalen, aufgeheizten Stimmung als Reaktion auf einen VfB-Post auf der Facebook-Seite des Vereins geschrieben, als enttäuschter, wütender Fan und in eine lange Aneinanderreihung anderer wütender Kommentare. So. Und das ist ja auch, das glaube ich ihm sofort. Das habe ich noch so in seiner ganzen Gesamtheit noch gar nicht gelesen. Also alle irgendwie schreiben wütende Kommentare drunter und dann denken wir sich, hey, dann schreibe ich auch noch einen wütenden Kommentar drunter. Also jetzt mal ganz ehrlich. Für Facebook war ja auch die Wortwahl noch äußerst, äußerst dezent. Mal ganz ehrlich, rein inhaltlich fand ich das jetzt absolut überhaupt keine Katastrophe. Da habe ich schon viel Schlimmeres gelesen und leider selber auch schon Schlimmeres gesagt. Ja, also von daher möchte ich jetzt hier nicht irgendwie die Moralkeule rausholen. Nein, ich finde es ja auch völlig okay, weißt du, wenn sich Christian Riedmüller positioniert als jemand, der halt auch wirklich für moralische Werte steht und dann irgendwie als erstes in das Fettnäpfchen tritt, dass er sagt irgendwie, Holger Badstuber sollte den Schiedsherrn nicht als Muschi beschimpfen und sich da dann irgendwie schon irgendwie die ersten Minuspunkte einholt, dann darf er natürlich auch sagen, ein Spieler des VfB darf seinen Gegenspieler nicht anspucken und wenn er es doch macht, dann möchte ich, dass er nie wieder das Trikot mit dem Brustring trägt. Das ist ja eine Haltung und da kann man sagen, die finde ich halt scheiße, aber es ist eine Haltung und er hat es ja noch, finde ich, wie gesagt, für Facebook-Verhältnisse auch relativ moderat ausgedrückt. Jetzt kann man sagen, das ist wenig Präsidial. Ja, ist so, klar. Aber er war auch kein Präsidial, sich mit uns irgendwie auf Twitter abzugeben oder auf Facebook zu kommentieren und überhaupt mit anderen Fans oder mit den gewöhnlichen Fans in Interaktion zu treten. Insofern, ja, also ich kann mich darüber nicht wirklich aufregen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn er gewählt werden würde, dass er solche Facebook-Postings nicht mehr tätigt und dass er solche Sachen auch nicht nach dem Spiel ins Mikro sagt. Insofern war das wahrscheinlich nicht besonders clever, aber wenn er, wie er schreibt, daraus auch gelernt hat, ja, dann ist das ja auch völlig okay. Und wie gesagt, die Haltung, dass man sagt, ey, Gegenspiele anspruchen gehen halt überhaupt gar nicht und ist auch nicht VfB-like, die finde ich auch nicht schlecht. Absolut, brauchen wir nicht drüber reden, da bin ich auf deiner Seite. Ich finde es halt dann auch wieder interessant, du hast es ja vorhin schon angesprochen, auf der einen Seite kritisiert er die Aussagen von Holger Badstuber, Muschi etc. und auf der anderen Seite gibt es von ihm halt so eine Entgleisung, ja, da kann man jetzt auch sagen, okay, also du kennst das ja, dass man in gewissen Momenten vielleicht nicht mehr so reagiert, wie man es eigentlich sollte, sondern dass man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Natürlich ist jetzt, ja, die Ansage Muschi von Holger Walschuber vielleicht anders zu werten als das, was Christian Riedmüller auf Facebook geschrieben hat. Aber ja, also ich will es nicht größer machen, als es ist. Ich finde den Umgang damit nicht ganz so cool, muss ich sagen. Also da hätte ich mir halt gewünscht, dass man sagt, okay, das war halt so. Also den Post, den es am Samstag gab, den hätte ich eigentlich schon am Freitag erhofft. Und ich hätte jetzt dann auch darauf verzichten können, dass man hier davon spricht, dass eine klare Kampagne gegen einen gefahren wird und dass man wisse, aus welcher Richtung das kommt. Und das fand ich jetzt einfach wieder nicht ganz so geschickt gelöst, so möchte ich es mal ausdrücken. Und dann bin ich halt wieder bei dem Punkt, den ich ja zu Beginn der Sendung schon machen wollte und vielleicht auch gemacht habe, dass Christian Riedmüller eigentlich immer versucht, bestmöglich mit den Situationen umzugehen, aber dann trotzdem immer so ein, ja, so ein kleines, ich weiß nicht, wie soll ich es sagen, also er tritt halt dann immer wieder doch ein Fettnäpfchen, obwohl es nicht sein müsste, sage ich jetzt mal. Also man kann damit auch anders umgehen. Das macht ihn halt so ein Stück weit sympathisch auch. Ja, absolut. Also das muss man verstehen. Also das könnte mir auch passieren. Ich habe da keine drei Berater irgendwie im Hintergrund, die ihm genau sagen, hey, jetzt machst du das und dann machst du das und dann machst du das, sondern das ist halt irgendwie alles so, wo du denkst, ja, also das passiert halt und ist alles irgendwie auch nicht so wirklich schlimm und ja, also ich finde das nach wie vor, diesen ganzen Wahlkampf und unsere zwei Kandidaten, wie sie sind mit allen ihren Vorteilen und vielleicht Nachteilen. sind toll. Also aktuell macht es noch Spaß, finde ich. Also eins will ich ja auch nochmal ganz klar sagen, wer Veränderungen möchte und wer, sag ich mal, Stress in der Bude haben möchte, der wählt Riedmüller, weil ich, also ich bin mir sicher, dass Christian Riedmüller einiges versucht anzustoßen hier beim VfB, wenn er als Präsident gewählt wird. Ja, also dann wird es mit Sicherheit nicht nur den Kuschelkurs geben, sondern da wird es auch mal ordentlich rumpeln. Und wenn jemand der Meinung ist, das ist mein Kandidat, dann kann ich eigentlich nur empfehlen, Christian Riedmüller zu wählen. Nicht, dass Klaus Vogt nichts anstoßen wird und das Ganze versucht, möglichst unbeschadet über die Bühne zu bringen, also diese erste Amtszeit. Der wird auch was machen, ja, aber bei Christian Riedmüller bin ich mir sicher, dass es das ein oder andere Mal auch knallen wird. Also das wird nicht so präsidial immer ablaufen, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern da knallt es halt auch einfach mal. Und das meine ich positiv, ja, nicht, dass man jetzt wieder denkt, ich meine das irgendwie negativ, nee, ganz im Gegenteil. Also das spricht für mich auch ein Stück weit für Christian Riedmüller, das ja, du hast es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, einfach komplett von außen kommt, ja. Der hat halt keine Seilschaften hier beim VfB Stuttgart, der kennt niemanden und konnte sich nicht in Position bringen, sondern das ist wirklich ein Mann, der sich mehr oder weniger kurzfristig entschieden hat, ich möchte Präsident des VfB Stuttgart werden, ich möchte jetzt meine Ideen umsetzen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der VfB wieder dahin kommt, wo er fußballerisch mal war, nämlich einfach in der Bundesliga angesehen, ist Bundesliga-Mitglied und gleichzeitig möchte er halt auch wirklich wieder diese Einheit im Stadion oder von mir aus dann auch bei Mitgliederversammlungen oder einfach halt unter allen VfB-Fans herstellen und ich kann mir schon vorstellen, dass es da ordentlich knallen könnte, weil eben dann auch der ein oder andere vielleicht im Aufsichtsrat da nicht so Bock drauf hat, also das könnte interessant werden. Also möchte den Herren jetzt hier nicht irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil, jedes Gespräch, das ich mit Christian Riedmüller bislang führen konnte, war ein tolles Gespräch, absolut, also ich habe ihm auch am Donnerstag oder wann wir ihm telefoniert haben, vielleicht war es auch Freitag, gesagt, ich wäre froh, ich wäre einfach nur froh gewesen, wenn es in den letzten Jahren nur einen von euch gegeben hätte, der hier das Amt des Präsidenten innehat, weil dann würde es dem Verein, behaupte ich, es einfach mal ein Stück weit besser gehen und vor allem wäre das Klima untereinander, denke ich mal, ein anderes. Aber gut, ja, vielleicht können wir noch eins erwähnen, das ich noch ganz wichtig finde hier und zwar hat sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu Wort gemeldet, hat da auch noch seinen Senf dazugegeben zu der ganzen Sache und meinte, ein unbedachter Satz hat exakt Null Aussagekraft über die Eignung für ein politisches Amt oder eine Führungsposition in der Wirtschaft. Ich würde eher sagen, wenn man nur eilglatte Sätze von jemandem findet, ist Vorsicht geboten. Also auch hier könnte man sagen, wenn dir Boris Palmer zur Hilfe eilt, dann ist das ungefähr genauso schlimm wie im Juli, wenn dir Martin Kind zur Hilfe eilt. Ach, ich dachte, wenn Barna für dich einen Artikel schreibt. Ja, genau, also die kennen sich und so weiter, aber ich glaube, wenn der mir irgendwie anbieten würde, komm, ich schreibe was Nettes, wo ich würde sagen, nee, bitte lass mal. Also das kann nicht gut enden, wobei ich es auch zum Beispiel jetzt auf der anderen Seite ganz erstaunlich fand. Jetzt hatte ja der Klaus Vogt am Samstag oder am Sonntag bei irgendeiner Veranstaltung gesagt, dass er irgendwie einen Cem Özdemir mit ins Boot holen will. Das ist eine Aussage, die er ja schon, ich glaube, sogar beim dunkelroten Tisch schon getätigt hat. Dann bei der Viererkette und eigentlich bei jeder Veranstaltung. Und jetzt am Wochenende kocht es auf einmal hoch. Und wenn man dann in die VfB-Fan, Facebook-Fangruppen reingeht, hey, was da für Gift und Galle gespuckt wurde, das war so eklig. Und also ich meine, du musst jetzt kein grünen Wähler sein, aber was da abgesondert wurde, das war so hässlich irgendwie. Und ich glaube echt, dass der Klaus Vogt jetzt da echt die ein oder andere Stimme vielleicht sogar verloren hat dadurch, was ich jetzt so gar nicht nachvollziehen kann. Aber das waren echt Abgründe, die sich da aufgetan haben. Naja gut, dass im Lokalsportteil der ein oder anderen Zeitung nicht über die Viererkette berichtet wurde, lag natürlich daran, dass Nico Schwanz im Stadion war und, ich weiß nicht, Ina Aogo wieder neue Oberteile auf Facebook präsentiert oder so. Das kann ich schon verstehen, das ist ein wichtigeres. Die Aussage wurde schon häufig getätigt und auf einmal ist das große Thema irgendwie, ja, Vogt will Öztemir zum VfB holen und auch das ist ja irgendwie noch nicht bemerkenswert, aber was da in den Kommentarspalten dann irgendwie abging. Ja, das ist ja. Aber das ist auch noch interessant. Ich meine, du kannst ja beinharter, beinharter, weiß ich nicht, CDU-Wähler sein, aber trotzdem die Kommentare darunter, die gingen halt gar nicht. Und allein schon aus dem Grund wünsche ich mir, dass irgendwie ein grüner Politiker irgendwie in den Aufsichtsrat kommt. Also, das war echt, bah. Aber die Vogt-Öztemir-Geschichte ist trotzdem nochmal interessant, die will ich ganz kurz noch aufgreifen. Also erstmal das Zitat von Klaus Vogt, ich glaube, das gab es bei den Jungs vom Fanclub Courage, oder? Ja, genau. Ja, da meinte er, ich traue mir zu, ihn, also Cem Özdemir, zu mitmachen, zu bewegen, wenn ich ihn ein drittes Mal frage. Denn angeblich, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, das konnte man in dem ein oder anderen Artikel dann lesen, wurde Cem Özdemir bereits zweimal vom VfB gebeten, einen Posten im Aufsichtsrat zu übernehmen. Beides Mal lehnte Özdemir ab und jetzt versucht Vogt ihn halt wieder dazu überreden, oder zu überreden, beim VfB so ein Amt zu übernehmen. Und Vogt meinte auch, Cem Özdemir würde den VfB bundesweit vertreten, so einer würde uns gut zu Gesicht stehen. So, die Frage ist für mich jetzt natürlich, wir wissen ja, dass Klaus Vogt Rainer Adrion als Sportkompetenz mit in den Aufsichtsrat bringen möchte, jetzt frage ich mich, wie du Cem Özdemir da noch unterbringen möchtest, denn es sind ja nur zwei Plätze frei. Aber wir haben auch zwei Plätze, oder? Ja, einer ist halt der für den Präsidenten, das wäre dann Vogt und der andere wäre dann für Rainer Adrion oder für Cem Özdemir, das ist halt dann die Frage, oder wird da jemand zum Abgang bewogen, oder was ich meine, also ich frage mich, wie das funktionieren soll mit Özdemir und Adrion, die Nachfrage hätte ich dann gerne mal gestellt. Ja, vor allem, das ist ja schon interessant, diese Personalie Özdemir, weil ich glaube, Anfang hieß es ja, wurde sein Name eigentlich nur genannt, wenn es irgendwie, glaube ich, um den Stadionausbau ging oder so. Genau. Also bei der Viererkette war es zum Beispiel noch so, da wurde Cem Özdemir jetzt nicht explizit für den Aufsichtsrat in Position gebracht, sondern da ging es halt mehr um so Hilfe aus der Politik in Richtung Stadionausbau und so weiter. Und das, was Klaus Vogt jetzt am Sonntag oder am Samstag gesagt hat beim Club Courage, war jetzt ja dann doch explizit, dass er ihn auch als Aufsichtsratskandidaten sieht. Und das war dann schon ein Stück weit neu, was dann vielleicht dann doch den Aufruhr dann auf Facebook so ein bisschen erklärt, weil in dieser Deutlichkeit hat er das bisher nicht angesprochen. Aber klar, das sind natürlich auch Fragen, die dann nochmal konkret gestellt werden sollten von irgendjemandem irgendwann, wie denn der Aufsichtsrat dann aussehen soll. Vielleicht auf Twitter, vielleicht könnte man da Klaus Vogt nochmal anschreiben. Gut, abschließend dazu, der Vereinsbeirat, du hast es vorhin schon gesagt, hat nochmal dazu aufgerufen, dass man hier keine Kampagnen fahren soll. Wolf-Dietrich Erd lässt sich wie folgt zitieren. Es ist für uns inakzeptabel, dass Kampagnen gegen Kandidaten lanciert werden. Wer auch immer die Motivation verspürt, einem der beiden Kandidaten zu schaden und eventuell den eigenen Favoriten zu unterstützen, sollte sich auch überlegen, welchen Schaden er dabei dem VfB Stuttgart zufügt. Und Klaus Vogt meinte noch zu den Anschuldigungen oder, ja, nicht Anschuldigungen, aber ich sage einfach, was er gesagt hat. Ich distanziere mich von allem, was dem VfB schaden könnte. Ich habe bisher einen sauberen Wahlkampf geführt und werde dies auch weiterhin tun. Was ich jetzt sagen wollte, ist, der Herr Vogt lässt hier gar nicht zu, dass er mit diesen lancierten Kampagnen in Verbindung gebracht wird und distanziert sich da ganz klar davon. Also schon auch nochmal ein wichtiges Statement, aber auch ein bisschen bedeutungsschwanger. Sorry, aber finde ich ein bisschen, ich hätte es nicht gebraucht. Ich weiß, es ist okay und du findest es auch gut, aber ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass der Vereinsbeirat da nochmal zur Ruhe mahnt. Nee, nicht unbedingt, aber es ist, glaube ich, schon ein ganz schönes Zeichen, dass beide Kandidaten und der Verein, dessen Präsident gesucht wird, sagen, hey, wir wollen alle keine Schmutzkampagne, sondern wir wollen einfach einen sauberen Wahlkampf und eine saubere Wahl und jetzt sind es halt noch ein paar Tage und dann ist das Ding über die Bühne gebracht und dann, ja, funktioniert auch dann die Technik hoffentlich, dass wir am Sonntag einfach abstimmen dürfen über neun Präsidenten und dann irgendjemand hoffentlich mit einer nicht allzu knappen Mehrheit gewählt wird, sondern einfach klar sagen kann, okay, der ist unser Präsident, zumindestens bis wann gewählt, Oktober 2020. Genau. Gut, am Sonntag haben die beiden dann nochmal die Möglichkeit, uns in 15 Minuten davon zu überzeugen, dass sie der richtige Präsident für den VfB Stuttgart sind. Ja, 15 Minuten Redezeit bekommen beide Kandidaten noch, da gibt es dann die Schlussrede und ich bin gespannt, was da noch kommt. Es hieß zu mir, dass die Schlussrede nochmal ganz besonders sein wird. Ja, also da lasse ich mich dann auch gerne darauf ein und werde mich danach entscheiden, für wen ich stimmen werde. Und es gibt ja noch ein paar andere Punkte auf der Tagesordnung am Sonntag, die ganz interessant sind, zum Beispiel die Wahl des Präsidiumsmitglied, das ja auch noch neu besetzt werden muss. Zehn Minuten Redezeit bekommen Werner Gass und Rainer Mutschler, da können Sie sich nochmal vorstellen. Aber eigentlich wurde über beide Kandidaten ja schon vor der letzten Mitgliederversammlung genügend berichtet. Kann sich jetzt jeder ein Bild von machen. Ich muss zugeben, dass Rainer Mutschler in den letzten Wochen bei mir ein bisschen punkten konnte. Ja, wir haben ja dazu schon was gesagt zu den Gerüchten, die da aus den 90ern stammen, braucht man jetzt, denke ich, nicht nochmal zu vertiefen. Aber so rein von dem, was er dem Verein geben kann, jetzt würde ich schon sagen, ist es ein interessanter Kandidat im Vergleich zu Werner Gass. Ja, also Gefühl geht er für mich als klarer Favorit ins Rennen. Und es gibt natürlich auch noch die Wahl zum Vereinsbeiratsmitglied. Da stehen Hans H. Pfeiffer zur Wahl und Dr. Marc Nikolai Schlecht. Der Pfeiffer hat das auch schon früher gemacht, hat ja jetzt den Posten im Präsidium übernommen, damit der VfB handlungsfähig bleibt. Muss jetzt, wenn er wieder zurück in den Vereinsbeirat möchte, wiedergewählt werden. Deswegen steht er hier zur Wahl und es brauchen Gegenkandidaten. Das ist dann der Herr Schlecht. Beide Kandidaten werden sich in fünf Minuten nochmal vorstellen können. Es gibt nochmal fünf Minuten Redezeit und dann können wir abstimmen, wen wir in den Vereinsbeirat wählen. Ich, für mich würde jetzt sagen, dass der Pfeiffer immer einen guten Job gemacht hat. Deswegen wäre das ein möglicher Kandidat. Aber so eine Veränderung ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und dann sind wir bei Marc Schlecht, der mit Sicherheit einfach dann wieder ein bisschen frischen Wind auch in den Vereinsbeirat bringen könnte. Also auch hier kann man sagen, okay, wenn wir weiter so machen wollen wie zuletzt, so möchte ich es mal sagen, dann ist der Herr Pfeiffer mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl. Auf der anderen Seite ist es auch die Möglichkeit, jemand Neues, Junges in den Vereinsbeirat zu wählen. Also ich kann mit beiden Kandidaten sehr gut leben. Ja, ich glaube, das ist echt so die größte Luxusentscheidung, die wir am Sonntag treffen müssen. Weil, das muss man auch sagen, man muss es dem Hans Pfeiffer hoch anrechnen. Dass er ja quasi im Juli seinen sicheren Posten im Vereinsbeirat verlassen hat, um ins Präsidium aufzurücken, was ja nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich nicht mehr handlungsfähig war. Weil es gab dann einfach nur noch Bernd Geiser als einziges Präsidiumsmitglied und das ist einfach zu wenig. Und es brauchte einen zweiten. Und dann hat der Herr Pfeiffer gesagt, okay, ich mache das. Und war damit seinen sicheren Posten im Vereinsbeirat los, in der Gewissheit, dass er wieder reingewählt werden muss. Und dass er nicht einfach wieder sagen kann, okay, ich bin hier fertig, wir haben einen neuen Präsidenten, ich gehe wieder eins runter. Oder ich gehe wieder in den Vereinsbeirat. Sondern es war ihm klar, dass er wieder gewählt werden muss. Und hat dieses Risiko auf sich genommen. Das ist ihm irgendwie total hoch anzurechnen. Ja, und ich halte ihn auch, der macht das schon so lange für total integer. Andererseits hast du halt jetzt jemanden, der von außen halt dann reinkommt, der halt, natürlich jetzt falsch zu sagen, aber 20 Jahre jünger ist oder 25 vielleicht sogar. Und der da vielleicht eine ganz andere Sichtweise reinbringt. Und der auch jetzt so den Anschein macht, nicht unbedingt zum Establishment zu gehören, sondern eher fannah zu sein. Also das ist eine echte Luxuswahl. Und ich glaube, also egal, wie ihr euch dann da entscheidet, ihr trefft die richtige Wahl. Ja, also ja, das ist für mich auch vorbei. Auch bei den Präsidenten sehe ich es so. Egal, wer da gewinnt, der Verein wird sehr wahrscheinlich davon profitieren. Also von daher. Ja, ich glaube schon, wir können am Sonntag ja relativ gut gewissen, unsere Stimmkärtchen irgendwie zücken, egal für wen. Dann gibt es noch ein paar Anträge, über die wir abstimmen müssen. Der erste Antrag, über den wir abstimmen dürfen, ist der Antrag auf Änderung der Satzung. Änderung von Ziffer 8 der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung. Da geht es um das Abstimmungsverfahren. Ob wir in Zukunft nicht nur auf Elektronik setzen dürfen, sondern auch dann eben per Stimmkarte abstimmen dürfen. Das ist der erste Wahlgang, den wir erleben werden am Sonntag. Und nur wenn dann eben, ich weiß gar nicht, welche Mehrheit man braucht, um diesen... Ja, vermutlich einfache, denke ich mal. Aber jetzt auch gefährliches Halbwissen. Nur dann dürfen wir auch mit Stimmkarte abstimmen. Und dann könnte ein anderer Antrag interessant werden, nämlich der Antrag auf eine offene Wahl, der auch zugelassen wurde. Und offene Wahl bedeutet dann eben mit Stimmkarte. Und offene Wahl bezieht sich aber nur auf die Wahl des Präsidenten, oder? Ja, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wir hätten das ja im Vorfeld irgendwie lange besprochen. Aber ich glaube nicht, dass es der Antrag auf offene Wahl auf die Tagesordnung geschafft hat. Ach so, okay. Weil dieser Punkt 2 der Tagesordnung heißt, der Änderung der Satzung, Änderung von Ziffer 8 der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung Abstimmungsverfahren. Und ich glaube, das hat nichts zu tun, dass das jetzt noch ergänzt wurde. Ich glaube, der war von vornherein auf der Tagesordnung, weil wir ja in unserer Satzung oder in unserer Geschäftsordnung für die MV drinstehen haben, dass wir nur elektronisch abstimmen. Und wenn wir nicht elektronisch abstimmen wollen, müssen wir darüber elektronisch abstimmen. Wenn das halt nicht funktioniert, das ist halt so ein Schildbürgerstreich, wo unsere Satzung halt ein kompletter Fuck-up ist einfach. Und darüber wird gleich nach der Begrüßung abgestimmt, ob wir auch anders als elektronisch abstimmen. Und ich glaube, dieser Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung, dass wir offen abstimmen über irgendwas, doch, du hast recht, gibt es unter 9a. Nachwahl, also 9 ist Nachwahl des Präsidenten bis 2020 und 9a ist Abstimmung über Durchführung einer offenen Abstimmung. Okay, nee, du hast recht. So, jetzt ist es halt wirklich wichtig, der Änderung auf, oder der Antrag auf Änderung der Satzung, also Ziffer 8 der Geschäftsordnung, das ist wirklich wichtig, dass wir das umsetzen, dass wir in Zukunft halt auch nicht elektronisch abstimmen dürfen. Der andere Antrag, das kann jeder für sich entscheiden, ob er für eine offene Wahl ist oder nicht, aber dass man in Zukunft mit Stimmkarte abstimmen darf, das finde ich schon wichtig, dass wir das ändern in der Geschäftsordnung, weil es halt einfach sinnlos ist. Ja, nee, unser jetziger Satzung ist halt, ja. Ja, das ist, wollen wir nicht drüber reden, haben wir. Das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. Also, wie gesagt, wir können nur elektronisch abstimmen und wenn wir dagegen, wenn wir das nicht möchten, müssen wir darüber elektronisch abstimmen. Und das haben wir ja im Juli gesehen, wie gut das dann funktioniert, nämlich gar nicht. Und deswegen Punkt 2 ist extrem wichtig, ob man dann über den Präsidenten offen abstimmen muss, das darf jeder für sich entscheiden. Also das wurde ergänzt und ergänzt wurde auch, dass wir unter Punkt 7, da geht es dann um die Entlastung des Präsidiums für das Jahr 2018. Und 7a ist, bevor wir das Präsidium entlasten, gibt es eine, gibt es die Abstimmung über Einzel- oder Gesamtentlastung, weil normalerweise standardmäßig würde das Präsidium insgesamt entlastet. Und das heißt, wir würden Thomas Hitzelsberger, Bernd Geiser und Wolfgang Dietrich als ein Präsidium quasi entlasten. Und vorher wird darüber abgestimmt, alle drei einzeln zu entlasten, was in dem Fall, glaube ich, auch Sinn macht, weil ich möchte jetzt meine Stimme für oder gegen eine Entlastung jetzt nicht Thomas Hitzelsberger und Wolfgang Dietrich gleichzeitig geben. Ja, also da bin ich auch ganz bei dir. Auch hier wäre ich für eine Einzelentlastung und ja, macht, glaube ich, für mich mehr Sinn, als das kommt. Genau, ich glaube, ich denke dir auch, dass der Antrag auf Einzelentlastung dann durchgehen wird. Und dann können wir mal gucken, ob Wolfgang Dietrich dann halt noch weniger Entlastungsstimmen, also für die Entlastung bekommt, als Dr. Dieter Hund damals, glaube ich, im Aufsichtsrat. Da ging es ja auch mal um Einzelentlastung und der hat, glaube ich, dann 30 Prozent bekommen oder so. Mal gucken. Also vielleicht gibt es da noch was Historisches von Wolfgang Dietrich zum Abschied. Ich denke mal, das waren so die wichtigsten Punkte, aber eins muss man vielleicht wirklich noch sagen, nehmt euch viel Zeit mit, denn ich gehe davon aus, dass diese außerordentliche Mitgliederversammlung außerordentlich lang sein wird. Also es gibt halt wirklich viele Wahlgänge, es gibt viele lange Reden, es gibt noch eine Aussprache, die vielleicht nicht ganz so lang sein wird wie im Juli. Also da kam sie ja nicht ganz bis zum Ende, aber das ging schon eine Weile, muss man sagen. Also nehmt euch viel Zeit mit und ja, es ist halt wirklich wichtig, dass dann auch wirklich über alle Punkte abgestimmt wird und nicht, dass der ein oder andere, der meint, so jetzt habe ich keinen Bock mehr und ich gehe jetzt. Also es ist halt wirklich einmal im Jahr, normalerweise nur einmal im Jahr, in dem Jahr waren es zwei Versuche, dass man Einfluss auf das nehmen kann, was hier beim VfB so vor sich geht. Also ich finde es schon sehr wichtig, wenn man VfB-Mitglied ist, dass man da erscheint, wenn es irgendwie möglich ist und dann auch abstimmt. Also nutzt diese Möglichkeit. Genau, aber wir haben zwölf Punkte auf der Tagesordnung und wir haben gerade schon gesagt, also Klaus Vogt, Christian Riedmüller jeweils 15 Minuten, Rainer Mutschler, Wernergassi jeweils 10 Minuten, Hans Pfeiffer, Marc Schlecht jeweils 5 Minuten. Also das wird schon eine Stunde sein an Reden. Wir haben die Aussprache. Wir haben natürlich wieder Bericht des Präsidiums wie im Juli. Wir haben Bericht des Vereinsbeirats wie im Juli. Wir haben Bericht des Vorstands wie im Juli. Also ich weiß nicht, ob jetzt Bernd Geiser und der Vereinsbeirat und der Herr Röttgermann und der Herr Heim und der Hilselsberger sich dann vielleicht kürzer halten als im Juli. Aber auch das wird seine Zeit dauern. Dann gibt es die allgemeine Aussprache und wir werden wahrscheinlich diesmal nicht wie im Juli, wie viel waren es da, über 20 Redner haben, sondern vielleicht ein paar weniger. Aber auch das wird seine Zeit dauern. Dann kommen die ganzen Wahlen und ja, ich glaube, es geht um 13 Uhr los und ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht immer bis zum Tatort dann wieder zu Hause oder so, aber vielleicht auch nicht. Also ich rechne mindestens bis 22 Uhr. Okay. Also dann zu Sport im Dritten. So, meine Güte, also man könnte meinen, ihr hört ja gerade bei dem neuen Hörspiel von Rabe Socke zu, aber ich kann nichts dafür, dass ich hier so nasal unterwegs bin. Ich schleppe mich jetzt hier durch die Sendung und dann geht es wieder ab ins Bett. Aber das klingt gar nicht so schlimm, also für mich jedenfalls nicht. Echt? Das macht mein Mikrofon, super. Ah, okay. Mit dem Nasalfilter. Ja, das hat ein Nasalfilter. Ja, super. Gut, dann kommen wir noch zu einem Thema, das mich letzte Woche ein Stück weit schockiert hat. Und zwar wollen die Innenminister von Bund und Ländern die Strafen verschärfen, vor allem für sogenannte Pyrozündler. Ja, da möchte man härtere Strafen. Bislang war es wohl so, dass das Abbrennen von Bengalos in Stadien als Ordnungswidrigkeit geahndet wurde. Und das möchte man halt einfach verschärfen. Ja, also es heißt ja hier ganz konkret, weil von dem Abbrennen von Bengalos in Stadien eine hohe Gefährdung von Unbeteiligten ausgehe, werde erwogen, dies durch eine Anpassung des Sprengstoffgesetzes unter Strafe zu stellen. Bislang wird das Sündeln der Bengalos nur als Ordnungswidrigkeit geahndet. So, also dass in diese Richtung was passieren wird, war mir eigentlich schon klar. Da habe ich eigentlich schon lange drauf gewartet. Da scheint man jetzt konkret zu werden. Aber interessant wird es, wenn man sich anhört, was der Landesvorsitzende der CDU in Baden-Württemberg, Thomas Strobl, sonst noch so fordert. Denn der möchte gern, dass es ein Fahrverbot gegen Randaliere gibt. Also sprich, ich sage mal jetzt, das ist ja, das ist jetzt schon wieder schwierig. Ja, er wird von Bengalos gesprochen und dann wird das Wort Randalierer benutzt, ja, um Leute, die vielleicht jetzt Pyrotechnik gezündet haben, mit dem Begriff der Randalierer irgendwie zusammenzubringen. Das finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen gerate ich da auch ein Stück weit in Stocken, weil es ist für mich schon nochmal ein Unterschied, ob ich, weiß jetzt nicht, mit einem Baustellenschild um mich werfe oder ob ich ein Bengalo anzünde. Also für mich ist das schon noch ein Unterschied. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, der Herr Strobl fordert ein Fahrverbot gegen Randalierer. Und jetzt wird es interessant. Außerdem sollen Beamte, die Befugnutz erhalten, anlasslos die Personalien von Fußballfans aufzunehmen, wenn sie bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen angetroffen werden, die ein besonderes Gefährdungsrisiko aufweisen. Das heißt konkret, wenn du zum Fußballspiel gehst. Das heißt konkret, wenn ich halt mit meinem Sohn aus Beutelsbach mit der S-Bahn zum Derby anreise und in Cannstatt aussteige und Trikot an habe, dann können anlasslos meine Personalien aufgenommen werden. Lass Derby weg, egal welches Spiel. Also es ist, das ist ja das. Also ich meine jetzt Hochrisikospiele per Definition, wenn er sagt besonderes Gefährdungsrisiko. Aber natürlich sagt man halt jeder, der zum Fußballspiel geht, kann schikaniert werden, wie man möchte, klar. Das ist ein Skandal. Also das ist für mich ein absolutes, das geht überhaupt nicht. Also da gehe ich auf die Barrikaden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hört der Spaß da mal irgendwann auf. Also die meisten Leute, die zum Fußball gehen, die muss man nicht irgendwie behandeln wie Verbrecher. Und da finde ich das wirklich absurd, wie hier mit ganz normalen Fußballfans umgegangen wird. Also natürlich wird es jetzt aus der Ecke von Herrn Strobl dann geben oder kommen. Ja, wenn sie ganz normal zum Fußball gehen, dann haben sie nichts zu befürchten. Ja, aber... Ja, aber gut, das haben wir ja vor zwei Folgen dann abgehandelt. Die Familien oder ganz normalen Fans, die aus Karlsburg kamen und in P7 geparkt haben, nach ihrem Auto ausgestiegen sind, aus dem P7-Parkhaus rausgegangen sind und auf einmal von der Polizei eingekesselt waren. Das waren auch ganz normale Fußballfans. Also da, ja. Also ich finde das äußerst schwierig. Außerdem fordert er auch noch, dass es, wie ist der genaue Wort, ja, auch die Durchsuchung und Gewahrsamnahme im Rahmen von Fußballspielen soll erleichtert werden. Also da sind halt wirklich, im Endeffekt darf man dann mit Willkür der Staatsgewalt rechnen. Ja gut, es klingt halt wirklich so, dass bei jedem Heimspiel eigentlich, ja, 50 bis 55.000 Terroristen im Stadion sind. Es ist halt, es wird halt unnötig zugespitzt, die ganze Sache. Ja, also aus meiner Sicht werden hier die Bürgerrechte untergraben und das darf nicht durchgehen. Die Grünen im Landtag, die sind da auch dagegen. Also denen geht das alles zu weit. Gott sei Dank, muss man sagen, gibt es da noch einen Gegenpol. Ansonsten vielleicht mit der SPD oder so wäre das schon durchgegangen. Keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen, wie die dazu stehen. Aber die Grünen wehren sich bislang noch dagegen. Ich hoffe, die bleiben standhaft, weil, also da bleibt einem wirklich, ja, also da weiß ich nicht mehr, was du sagen sollst, oder? Also das ist unfassbar. Unglaublich, aber gut. Das sind offensichtlich die Zeiten heutzutage. Dann haben wir noch ganz kurz Neuigkeiten vom WLAN-Gate, passend zur anstehenden Mitgliederversammlung. Und zwar gibt es da jetzt einen Termin, ja, und zwar am 5.2. gibt es diesen Termin zur Güter, äh, Güteverhandlung, die anstehen wird, ich denke mal hier im Landgericht Stuttgart, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube schon, aus hier vor Ort, ja. Ja, Voting Tech besteht weiterhin, also das ist die Firma, die die Abstimmungssoftware gestellt hat auf die 30.000 Euro. Und der VfB muss jetzt auch beim Landgericht Stuttgart eine Sicherheitsleistung in Höhe von 34.000 Euro hinterlegen. Und am 5.2. wird dann verhandelt, äh, das wird natürlich auch spannend sein, wie das dann ausgeht. Ähm, ansonsten gibt's da, glaube ich, nicht viel zu sagen, Sebastian, oder? Nö. Äh, nee, aber, ja, irgendwie, eigentlich peinlich, dass es irgendwie vor Gericht landet, ne, weil. Ja, schon. Also, ich meine, klar, ist natürlich 30.000 Euro viel Geld, aber andererseits, wenn man sieht, ähm, ja, und es ist auch klar, es war jetzt bei der, bei der MV natürlich auch Vereinsbudget, aber wenn man sieht, ähm, welche Summen im Profifußball gerade irgendwie so aufgerufen werden, dann könnte man ja der Meinung sein, ähm, dass der VfB und die andere Funde und Voting-Tech vielleicht sich auch irgendwie außergerichtlich einigen können, aber da scheinen die Fronten dann doch, ähm, relativ, ähm, verhärtet zu sein. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt, ähm, wie das dann ausgeht. Also, jetzt geht's dann ja wirklich, also ich glaube, jetzt versuchen die sich ja dann auch vor Gericht nochmal irgendwie zu einigen, ähm, ähm, und ansonsten wird halt irgendwie dann ein Urteil, ähm, gefällt und dann mal gucken, wer laut Gericht dann, ähm, Recht hatte. Ja. Ich erwarte aber auch von einem schwäbischen Bundesligisten oder Zweitligisten, dass um jeden Cent gekämpft wird. Auf jeden Fall, ja. Das will ich schon. Gut, wenn wir schon hier beim digitalen Bermuda-Dreieck sind, sprich dem Stadion, dann kann man da vielleicht auch noch sagen, dass der Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats für die Ertüchtigung des Neckarstadions abgestimmt hat. Das heißt... Also wirklich so Ertüchtigung, sehr schön. Ja, so heißt es zumindest, äh, also wenn, wenn man das Protokoll liest. Genau, so körperliche Ertüchtigung irgendwie, vom Trimmlichtpfad, aber Ertüchtigung des, eines Bauwerks, finde ich schön. Ja. Ja, ist doch, ist doch ein schöner Begriff. Ja. Also hier geht's aber jetzt erstmal nur um die Umkleidekabinen, die Funktionsräume und um den Pressebereich, ja. Die ganzen Luxus, äh, Geschichten, die sind dann noch nicht mit, äh, berücksichtigt. Aber die Showküche, wir brauchen noch die Showküche. Oh, das wäre natürlich toll, ja. Das stimmt. Also das kann ich mir richtig vorstellen, wie ich da 90 Minuten mir angucke, wie einer eine Bratwurst dreht. Also das ist wirklich... Ja, genau. Wenn da draußen dann irgendwie der VfB wieder gegen Nürnberg, ähm, kickt und dann steht irgendwie lange 0 zu 0, dann guckst dir lieber an, wie da irgendwie irgendwas gebrutzelt wird. Wer wird da Koch? Weiß man das schon? Wie bitte? Wer da Koch dann wird? Äh, nee, keine Ahnung. Aber bestimmt nur Hoch, nur, nur Hochkaräter. Ja, also wenn da, weiß ich nicht, äh, Tim Melzer steht oder so, dann würde ich sagen, Tim, mach doch mal ein Toastbrot rein in den Toaster, das ist echt cool. Ja, also so eine Showküche während dem Fußball, also, finde ich eine Bombe hier einfach. Also, was soll man sonst machen? Nee, Showküche und auch, äh, so eine Craft-Brauerei, also, das wird die Zukunft sein, des Fußballs. 550 zusätzliche Business Seats sind geplant, ähm, wie gesagt, Erneuerung, Catering und Aufenthaltsbereich. Das sind dann die umfangreichen Modernisierungen, die der VfB auch gerne, ja, umgesetzt haben möchte. Und, ähm, ja, aber die sind daran geknüpft, muss man sagen, dass der VfB, oder an den Aufstieg des VfB, so ist es richtig, ähm, genau heißt es, im zweiten Quartal 2020 wird im Lichte der Tabellensituation des VfB und vor einer verbindlichen Bauentscheidung geprüft, ob die wirtschaftlichen Risiken des Projekts für tragbar erachtet werden oder nicht. So sagt zumindest die Verwaltung. Und dann wird entschieden, ob man praktisch ganz groß umbaut oder eben nur die wichtigsten, ähm, ja, Räume saniert, umbaut, wie auch immer das Ganze denn aussehen wird. Äh, ja, bin mal gespannt, wie das dann so ablaufen wird. Ja, also, dann haben wir jetzt halt so eine, so eine, so eine, so eine, ja, relativ große Baumaßnahme, davon abhängig, mach's wie der VfB dann im zweiten Quartal 2020, weil ich glaub, die Saison ist ja eh, wann ist die zu Ende? Mitte Mai? Mai, Mai, ja. Ähm, ne, ne, also der zweite Quartal ist dann ja schon, also dann kannst du ja abwarten, steigen sie auf, steigen sie nicht auf, ähm, aber du willst ja auch 2024 hier EM spielen in Stuttgart, ähm, und da verstehe ich nicht, dass man nicht sagt, hey, also wir wollen hier EM spielen und dann muss das Stadion irgendwie, ähm, ja, auf, auf Höhe der Zeit sein, ähm, dann muss das Ding halt renoviert werden, ne, also einerseits, äh, ja, ich weiß, jetzt Äpfel mit Bieren vergleichen, aber andererseits sagst du, ey, die Oper muss modernisiert werden, da ist eine Milliarde mal locker drin und beim Stadion machst du dann halt irgendwie, machst du es abhängig, ähm, ob du, weiß ich, bist da auf Platz drei, was sagst du denn dann, also, ja, die steigen auf oder ne, Relegation, da steigen wir nicht auf, also, finde ich schwierig, dass du da jetzt auch, ähm, nicht in der Lage bist, jetzt zu sagen, ähm, hey, wir machen das auch im Lichte der EM24, wir machen es halt nicht, also dass man das wirklich von der Tabellenposition abhängig macht, ähm, naja, gut. Ja, sind wir mal gespannt, wie dann entschieden wird und, ähm, vor allem bin ich gespannt, wie dann die Umbaumaßnahmen so ablaufen, das könnte noch interessant werden, ähm, dann kommen wir noch ganz kurz zu unserer Jugenderteilung U21 und U19, wobei man sagen muss, die U21, die, ja, kam gar nicht zum Zuge, denn am Freitag, da sollte das Spiel in Nöttingen stattfinden, ähm, kam es nicht zu diesem Spiel, denn, ähm, ja, der Platz war teilweise tiefgefroren, hieß es auf der Webseite des FC Nöttingen, genau das sind die, glaube ich, ja, die Platz kommt. Sollte man eine Gasenheizung anschaffen, ist ja furchtbar. Ist ja echt peinlich, du. Oder mit so einem Gasbrenner drüberlaufen, sei es drum. Die Platzkommission erklärte den Platz nach einer Besichtigung am Freitagmorgen für nicht bespielbar und sagte das Spiel ab, ein neuer Termin steht noch nicht fest. Na gut, müssen wir mit leben. Dafür spielte die U19 im Topspiel gegen Hoffenheim, in Hoffenheim und, ähm, ja, man muss sagen, das haben sie ja richtig gut gemacht, unsere U19, haben mit 3-1 gewonnen. Dann, äh, in der zweiten Minute traf Benedikt Hollerbach und in der sechsten Minute schon, ja, schon in der sechsten Minute Perlockel zum 2-0. Dann gab es noch den Anschlusstreffer von Amadou Onana zum 2-1 in der 46. Minute und dann... Wie heißt der? Amadou Onana? Siehste? Jetzt höre ich mich doch an hier wie Rabe Socke. Amadou Onana. Amadou. Das A, das Nasser, das ist, ja, das geht hier, also ich fühle mich immer schlechter. Da muss ich wirklich sagen, also es kann gut sein, dass ich da am Sonntag mit so einer Decke da sitze und wahrscheinlich mit einem Tropf oder so, aber ich quäle mich... Ob man auch mal einen Thermoskan mit reinnehmen darf. Oh, es könnte natürlich als Wurfgegenstand benutzt werden, das geht nicht. Gut, müssen wir mal abwarten, aber, äh, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, wenn ich über die U19 rede, ist das Tor von Lilian Ekloff oder Lilian Ekloff, der da einfach mal ein geiles Ding ausgepackt hat zum 3-1, das sah schon sehr, sehr cool aus. Ja, also der Junge macht mir viel, viel Spaß, muss ich sagen. Ich möchte ihn jetzt nicht zu hoch leben lassen, dafür ist er einfach noch zu jung, aber immer, wenn ich ihn spielen sehe, bin ich verzückt und ich ärgere mich so ein Stück weit, dass er nicht beim Junior Cup dabei sein wird, weil da hätte ich ihn natürlich auch nochmal gerne live direkt vor mir gesehen, aber naja, gut, jetzt steht vielleicht Wichtigeres an für den Jungen. Genau, aber wenn er ins Trainingslager fährt mit den Profis, ist das vielleicht auch nicht das Allerschlechte. Interessant war, dass, äh, Antonis Aydonis bei der U19 ausgeholfen hat, der spielt ja eigentlich schon bei der U21, ist aber vom Alter her noch spielberechtigt für die U19 und dadurch, dass das Spiel für die U21 am Freitag ausgefallen ist, hat man sich gedacht, Mensch, dann kann der doch nochmal aushelfen im Topspiel gegen Hoffenheim und hat da auch eine gute Partie gemacht, also, ähm, da konnte die U19 von den Qualitäten eines Antonis Aydonis, ja, äh, partizipieren, das hat ganz gut funktioniert. Außerdem hat Nico Willig seinen Vertrag verlängert um fünf Jahre bis 2024 und hat was ganz Interessantes gesagt, ähm, ja, also, äh, nachdem sein Vertrag verlängert wurde, gab es natürlich noch so ein Statement auf der Webseite des VfB Stuttgart und da meinte Nico Willig, im Nachwuchsbereich entwickelt sich momentan ein Wettbewerb, in dem sich viele Vereine, die im aktiven Bereich keine hohen Ablösesummen bezahlen wollen, versuchen, früher internationale Spieler zu bekommen. Damit treffen wir in der U19 Bundesliga auf Mannschaften, die aus Australiern, Amerikanern, Franzosen, Niederländern, Belgiern oder Schweden bestehen und die Trainer coachen sie in mehreren Sprachen. Diese Entwicklung wollen wir als VfB nicht mitgehen, diese Entwicklung wird, äh, wird uns im deutschen Fußball nicht voranbringen. Das ist natürlich eine interessante Aussage von Nico Willig, weil die Entwicklung ja schon, ja, eindeutig ist, dass eben Spieler immer jünger verpflichtet werden und, ähm, wenn ich Nico Willig richtig verstehe, möchte er hier in der Region weiter nach Spielern suchen und die dann länger begleiten, ausbilden und eben, ja, zu Profis machen. Lustigerweise hat er jetzt das auch parallel gelesen, hat er erst gelesen, diese Entwicklung wird den deutschen Fußball nicht weiterbringen, wo ich dachte, ja, das stimmt natürlich, wenn wir keine deutschen Talente mehr ausbilden. Den VfB können es natürlich weiterbringen, auch auf ausländische Talente zu setzen, aber ich finde natürlich die Herangehensweise gut, ähm, von ihm zu sagen, hey, äh, der, der VfB, ähm, das VfB, ähm, NLZ muss wieder halt die Nummer 1 im Südwesten werden und die Spieler müssen halt wieder nach Stuttgart kommen und sollen nicht nach Sinsheim oder Freiburg gehen, sondern so wieder zu uns und das ist natürlich, äh, äh, ja, ein tolles Statement und ein selbstbewusstes Statement und ich denke, ähm, ja, Nico Willig ist auch auf jeden Fall der Richtige dafür, weil wenn man sieht, was er letztes Jahr mit der U19 gemacht hat und was er auch dieses Jahr wieder mit der U19 leistet, obwohl es da doch viele Abgänge gab, ähm, also die performen ja weitaus besser, als man es irgendwie erhofft hatte, ähm, finde ich super, dass er jetzt langfristig, ähm, an VfB gebunden ist und, ähm, auch wenn nicht kurzfristig kann ich mir doch sehr gut vorstellen, ähm, ähm, dass er, äh, auch mal wieder Cheftrainer der Profis, äh, werden wird, so wie es, ähm, am Ende der letzten Saison war. Es wäre nicht ganz überraschend, wenn es irgendwann dazukommt. Ja, absolut. Und, äh, du hast es schon richtig gesagt, also Daniel Teufel, der Co-Trainer und natürlich dann auch, äh, Cheftrainer in der entscheidenden Phase in der letzten Saison und Nico Willig, die leisten da wirklich hervorragende Arbeit bei der U19 und ich glaube, das färbt sich dann auch auf, äh, die Jugendmannschaften unter der U19 ab und die U21 profitiert natürlich auch von den ausgebildeten, oder gut ausgebildeten Spielern. Also, da haben wir schon einen ganz, ganz wichtigen, guten Mann in unseren Reihen und du hast es schon gesagt, es ist absolut wichtig, dass man ihn jetzt vertraglich länger an dem VfB binden konnte und, ja, da bin ich mal gespannt, wie sein Weg so weitergeht, aber insgesamt klingt das alles sehr vielversprechend. Gut, zum Schluss noch eine, äh, weitere schöne Meldung, muss man sagen, denn Jens Gral, der heilige Gral, hat auch seinen Vertrag verlängert, äh, er nicht ganz so lange wie Nico Willig, was natürlich auch so ein bisschen mit dem Alter zu tun hat, ähm, Jens Gral darf aber trotzdem bis 2022 hier beim VfB, ja, was soll man eigentlich sagen, also, gut Laune verbreiten, also, er wird halt so wahrgenommen, glaube ich, von vielen, also, es ist jetzt nicht der erste Torhüter, an den man denkt, wenn es darum geht, jetzt, äh, vielleicht einen Kobel zu ersetzen oder so, aber er ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft, das meinte auch. Ja, er ist schon eine Integrationsfigur, sagt man, glaube ich. Ja, das trifft's perfekt. Thomas Hitzisberger meinte, Jens ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, sowohl in sportlicher als auch in menschlicher Hinsicht und ich glaube, ja, menschliche Hinsicht ist das, was, was ihn wahrscheinlich am meisten auszeichnet innerhalb der Mannschaft, aber auch außerhalb, also, er ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, die Identifikationsfigur schlechthin und als solche hat er dann natürlich auch die richtigen Worte gewählt und meinte, ich bin sehr stolz darauf, weiter ein Teil des VfB sein zu dürfen, es ist eine Ehre für meinen Heimatverein zu spielen, ich werde weiterhin alles reinhauen, damit wir in der nächsten Saison wieder in der Bundesliga spielen. So, das will man natürlich hören von einem wie Jens Gral, da habe ich mich drüber. Ich meine, spielt sportlich wahrscheinlich auch in dieser Saison keine richtig große Rolle, aber ja, wenn man sieht, wie er dann teilweise an der Seitenlinie mitfiebert und dann irgendwie, das war glaube ich noch in der Bundesliga-Saison gegen Hoffenheim, dann irgendwie eine Power-Grätsche von Santi irgendwie feiert, als ob man gerade irgendwie die Meisterschaft gewonnen hätte, das tut schon gut und er ist so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht der Günther Schäfer in Junko noch im aktiven Kader mit drin, also er ist auf jeden Fall wichtig, auch wenn er auch die Saison wahrscheinlich keine Minute spielen wird, aber Vertragsverlängerung absolut gut und richtig. So, jetzt schleppe ich mich noch ins Ziel, denn ich möchte noch darauf hinweisen, dass ihr auch weiterhin das Vertikalbuch bestellen könnt auf vertikalbuch.de, das ist natürlich die VfB Stuttgart Fußball-Gefibel, die ich jedem wärmstens ans Herz lege, vielleicht sogar dann, ja, für Weihnachten das andere Geschenk muss vielleicht noch gefunden werden. Genau, also wir versenden auch noch wirklich pünktlich bis Weihnachten, was ich noch kurz ergänzen kann, wir lesen in diesem Jahr auch nochmal aus unserer Fußball-Fibel und zwar am 21.12. im Sommer im Remshalden-Geratstetten, das ist hier bei mir ums Eck im Remstal, man kommt aber sehr gut hin mit der S2 und läuft dann, steigt dann da Geratstetten aus und läuft dann halt irgendwie, glaube ich, 500 Meter, ist so eine alte Scheuer, innen total nett und toll eingerichtet und das Besondere ist, der 21.12. ist auch gleichzeitig der Rückrunden-Auftakt, also wir machen quasi unsere eigene kleine Weihnachtsfeier und danach schauen wir uns den Rückrunden-Auftakt gegen Hannover an und ich war vor ein paar Wochen mal im Sommer und die haben eine riesige Leinwand, also das wird, glaube ich, ganz cool, es gibt ab 11 Uhr ist, glaube ich, Einlass, es gibt, ja, ein Weißwurst-Frühstück dort und dann machen wir irgendwie ab 11.30 bis 12.30 Uhr so ein gemeinsames Warm-up, wir lesen ein bisschen was aus unserem Buch und machen, wenn es klappt, irgendwie auch einen kleinen Hinrunden-Rückblick und dann, ja, ab 13 Uhr geht's dann los, Hannover 96 gegen VfB, der große Rückrunden-Auftakt, ja, 21.12. und da passen relativ viele Leute rein, also ihr seid alle herzlich eingeladen. Also, das letzte Spiel, das ich auf einer großen Leinwand gesehen habe, fand am 27.05. statt und ich möchte nicht weiter drauf eingehen und da werde ich nicht da sein, ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber allen anderen lege ich das auch wärmstens ans Herz. Dann natürlich noch der Hinweis, Dennis braucht immer noch ein paar Euros, um seinem Ziel nicht nur näher zu kommen, sondern es dann auch, ja, geschafft zu haben, die 110.000 Euro zu sammeln für seine Operation, denn es ist der junge Mann mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Artikel, Videos könnt ihr auf unserer Seite anschauen, vfbstr.de, da sind die dann verlinkt und natürlich auch ein Link zu seiner GoFoundMe-Kampagne. Aber da müssen wir kurz mal, wenn ich da reingrätschen darf, mal kurz irgendwie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KU-Bäckerei irgendwie unseren allergrößten Respekt ausdrücken, oder? Absolut. Da hat Dennis nämlich gestern am Dienstag einen Tweet geschrieben, dass er von der KU-Bäckerei auf sein Spendenkonto 10.000 Euro bekommen hat und das ist jetzt nicht vom Unternehmen an sich oder von der Geschäftsleitung, nee, es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Trinkgeld gespendet haben und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leute, die jetzt ihr Trinkgeld gespendet haben, normalerweise auch nicht gerade so im Geld schwimmen und ich finde das echt eine ganz, ganz große Geste, also dass, ja, da 10.000 Euro jetzt gespendet werden und das ist Geld, das man vielleicht normalerweise für Weihnachtsgeschenke nimmt oder so, also kein Geld, was man sowieso irgendwie rumliegen hat, ja, finde ich eine ganz große Geste und wenn ihr in Zukunft oder morgen irgendwie die Wahl habt, ob ihr eure Brezel in einer KU-Bäckerei kauft oder irgendwo anders, dann geht doch bitte zur KU-Bäckerei. Ja, also menschlich top, absolut, im Brötchen-Game können sie sich noch ein bisschen verbessern, aber das kriegen sie auch noch hin. Ich habe hier leider keine ums Eck, also wir sind hier hier fest in Schreiberhand hier mit der Riesenbrezel, aber wenn ich das nächste Mal eine KU-Bäckerei irgendwo sehe, dann werde ich dort auf jeden Fall was kaufen und Trinkgeld geben. Also was ich empfehlen kann, wenn wir schon bei Bäckereien sind, die gute Brötchen oder überhaupt gute Backwaren herstellen, das ist die Bäckerei Schill, die im Kirschtal in Denkendorf eine größere Bäckerei betreiben. Nicht nur da, aber das schmeckt schon besonders gut, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ist übrigens keine bezahlte Werbung an der Stelle. Aber sie können gerne dafür bezahlen, also auch wenn der Schreiber irgendwie, können gerne Brötchen-Sponsoren. Oder am besten spendet ihr noch mehr als K&U an Dennis und dann seid ihr hier auch einfach dabei. Genau, aber das Ziel ist jetzt echt greifbar. Es sind jetzt über 70.000, die Dennis gesammelt hat. Also man sieht die Ziellinie schon und jetzt ist ja Weihnachten steht vor der Tür und ja, vielleicht kann sich ja auch der eine oder andere Profi beim VfB vielleicht nochmal so ein Wochengehalt irgendwie springen lassen. Gerne anonym, dass es halt niemand mitbekommt oder so. Aber ja, das Ziel ist nicht mehr so weit. Also wir sammeln auch weiter hin und ich glaube, wir kriegen das echt hin. Also mindestens ein Profi hört der zu. Davon wissen wir oder weiß ich ja. Aber ich glaube, der gehört nicht zu den Spitzenverdienern. Von daher kann er es in der Kabine vielleicht anstoßen. An der Stelle kann man das ja sagen. Einmal den Hut rumgehen lassen und so weiter. Dann möchte ich auch noch den Henk grüßen, der am Montag kurz vor dem Heimspiel ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ja, schöne Grüße an Henk. Das ist ein treuer Zuhörer und ja, den Gruß wollte ich mir hier nicht leben lassen. Werde schnell wieder gesund. Wir freuen uns auf dich beim nächsten Becherfand, dann 2020. Gut, Sebastian, wir haben Folge 84 ins Ziel gebracht. Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie Bastian Schweinsteiger nach dem WM-Finale. Also Blut überströmt, sitze ich jetzt nicht hier, aber ähnlich matt. Gut, als lange du dich nicht fühlst wie Christian Kramer nach dem WM-Finale und gar nicht mehr weißt, welcher Tag ist und so weiter, ist ja noch alles okay. Ja, ich hatte so ein paar Passagen, da wusste ich auch nicht so richtig, was gerade abgeht, aber ich habe es dann irgendwie geschafft. Gut, ich hoffe, es geht mir bis Sonntag dann soweit besser, dass ich es mindestens zur Mitgliederversammlung schaffe. Ob es dann für einen Podcast reicht, muss man abwarten. Sonst musst du dich fit spritzen lassen, ja. Da finden wir schon was, irgendwas, dass ich mir dann, ja, reinjagen. Gut, sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen. VfB-STR auf Twitter, VfB-STR auf Instagram, Vf3-STR auf Facebook. Achso, und dann, ach, jetzt fällt mir doch noch was Wichtiges ein. Guck, da schlagen die Medikamente schon an. Ich möchte, oder wir möchten uns bei euch bedanken. Bei allen Patreon-Spendern, bei allen PayPal-Spendern und natürlich auch bei allen Spendern, die mir einfach mal eine nette Karte schicken mit einem schönen Text. Ja, großartig, total nett, ja. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich, glaube ich, am Freitag bei mir in den Briefkasten geschaut habe und ich glaube, so viel kann man verraten vom Jan, eine Karte erhalten habe und mit einem ganz, ganz tollen Text für, ja, Sebastian und mich. Also das war schön. Da habe ich mich sehr darüber gefreut und, ja, uns bleibt eigentlich nur Danke zu sagen für eure Unterstützung, das hilft uns enorm und, ja, sorgt auch dafür, dass wir vielleicht das ein oder andere neue Projekt anstoßen können im kommenden Jahr, ohne da schon zu viel versprechen zu wollen. Denn, ja, unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Podcast. Jeden Montag wollen wir da eine neue Folge veröffentlichen, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dann auch noch ein weiteres Projekt in Angriff zu nehmen. Also vielen, vielen Dank. Ja, von mir auch, nee, also vor allem so eine persönliche Karte mit einem netten Text, das ist schon, ja, großartig. Vielen Dank. So, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und hören uns spätestens am Sonntag nach der Mitgliederversammlung wieder. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. AdButze ist dein Twitter-Account, AdVertikalPass ist auch dein Twitter-Account. Ja, kann man so sagen, ja. Deine ganzen schönen Texte und die von deinem absolut wunderbaren Partner, dem Andreas, die könnt ihr nachlesen auf vertikalpass.de, lege ich euch wärmstens ans Herz. Und, ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.